Ja, einen wunderschönen guten Abend hier im Saal und zu Hause an den Bildschirmen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung heute Abend mit dem Titel Verbieten, Verboten? Von einem klugen Menschen habe ich mal den Satz gehört, mach etwas einmal, dann ist es eine Revolution, mach etwas zweimal, dann ist es eine Tradition. Insofern heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserem nunmehr traditionellen Format Gegenlicht, das nämlich heute genau zum zweiten Mal stattfindet. Und mein Name ist Hanna-Lena Neuser, ich bin Direktorin der Evangelischen Akademie und darf Sie hier heute begrüßen. Gegenlicht. Damit wollen wir ein Forum für Gegenwartsfragen schaffen, in dem explizit gesucht wird nach den Grautönen zwischen den Polaritäten, die oft sehr einfach zu sehen sind und deshalb viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, diese Polaritäten. Aber eine alte Lebensweisheit sagt, meist liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und genau darauf wollen wir gerne den Blick richten, auf den Raum dazwischen. Heute Abend hier in der Akademie. Und zwar widmen wir uns heute der Frage, ist ein AfD-Verbot der richtige Weg, um die Demokratie vor Rechtsextremisten zu schützen. Aber wie immer ist es komplexer, will man keine einfache, sondern eine kluge Antwort darauf geben. Wie eine kluge und differenzierte Antwort klingen könnte, darüber diskutieren heute Bijan Mouini und Christian Rath und die Moderation übernimmt Eski Inan vom Freitag. Schön, dass Sie, dass Ihr alle hier seid und ich bin sehr gespannt auf diese Perspektiven. Mir bleibt an der Stelle nur Danke zu sagen für die gute Kooperation mit dem Freitag und schon anzukündigen, am 3. Juli wird es dann schon die dritte Veranstaltung in dieser Reihe geben. Welches Thema wir dann wählen, schauen wir. Wir gucken immer, dass es einigermaßen aktuell und in die aktuelle Debatte reinpasst. Das heißt, es ist noch nicht entschieden. Für heute wünsche ich uns aber erst mal allen Erleuchtung und Erhellung und gute Gespräche. Viel Spaß. Vielen herzlichen Dank und ich begrüße Sie auch noch mal recht herzlich im Namen des Freitag der Wochenzeitung aus Berlin. Mein Name ist, wie gesagt, Özge Inan. Ich darf meine Gäste sehr herzlich begrüßen. Einer sitzt live in Farbe neben mir. Einer wird hoffentlich gleich ran projiziert. Ich beginne mit Christian Rath. Christian Rath ist freier Rechtsjournalist unter anderem fürs Redaktionsnetzwerk Deutschland, für die Taz, für Legal Tribune Online und andere. Der promovierte Verfassungsjurist schreibt vor allem über die Arbeit der obersten Bundesgerichte und der europäischen Gerichte. Von 2012 bis 2021 war er stellvertretender Landesverfassungsrichter in Baden-Württemberg. Und passend zu unserem Abend hat er ein Buch geschrieben über die Macht des Verfassungsgerichts und promoviert über den Einfluss des Bundestages auf EU-Ebene. Herzlich willkommen, Christian Rath. Pünktlich projiziert wurde Bijan Mouini zugeschaltet für den heutigen Abend. Ebenfalls promovierter Jurist, Buchautor und auch Podcaster mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die besseres Recht durch strategische Klagen erreichen will, hat er zahlreichende wegweise Urteile in Karlsruhe erstritten, vor allem zur Grundrechtsbindung der Geheimdienste. Herzlich willkommen, Bijan Mouini. Und ich bin Özge Innan, ich werde sie durch den Abend führen. Ich arbeite für den Freitag. Ich bin selbst auch Juristin, allerdings nicht promoviert. Und auch nicht mit zwei Staatsexamen, sondern nur mit einem. Das nebenbei. Okay, wenn, also wir haben uns mit meinen Gästen darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Ich denke, das ist auch angemessen. Wir sind ja hier im kleinen Rahmen. Apropos Rahmen. Wir werden jetzt 90 Minuten hier die Panel-Diskussion haben und danach haben sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Das Ganze wird live auf YouTube übertragen. Allerdings sind sie natürlich nicht zu sehen, sondern es sind weiterhin nur meine Gäste und ich sind zu sehen. Sie sind nicht zu sehen, sie sind auch wahrscheinlich nicht so gut zu hören, nehme ich mal an. Auf jeden Fall geht es eigentlich um die Antwort auf Ihre Frage dann. Das heißt, bloß keine Hemmungen nachher an der Publikumsdiskussion teilzunehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf Ihre Fragen. Christian und Julian, also, wenn wir uns jetzt Deutschland angucken, den Zustand Deutschlands angucken, den Zustand Europas angucken, das Erstarken, rechtspopulistischer bis rechtsextremer Kräfte angucken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe dann manchmal so den Impuls irgendwie zu sagen, man muss doch jetzt mal irgendwas mit den Mitteln des Rechts, muss man doch jetzt irgendwas machen. Man muss doch jetzt mal irgendwie was hier ändern, damit dem hier mal einmal halt geboten wird. Ich weiß natürlich, dass es nicht so einfach ist. Aber wenn ihr jetzt einen Zauberstapel wedeln und eine Norm verändern könntet, eine geschriebene Norm, um die Demokratie zu schützen, was wäre das, Christian? Wir können ja mit dir anfangen und danach biechern. Um die Demokratie zu schützen, ist natürlich jetzt irgendwie ein sehr großer Anwurf. Ich habe mich jetzt bei der Frage, die mich nicht völlig unvorbereitet trifft, aber nicht so in dieser Zuspitzung. Also deswegen muss ich jetzt gerade nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Aber es gibt ja der Titel dieser Veranstaltung, Verbieten, Verbieten. Und also man ist praktisch auf der Meta-Ebene, dass, wie du sagst, es wäre toll, wenn man alles verbieten könnte, was blöd ist, was gefährlich ist, was faschistisch ist, was unsere Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit bedroht. Alles verbieten wäre erstmal super, dann wäre das weg und dann das Problem wäre gelöst. Also so, dass es nicht so einfach ist, wissen Sie auch. Deswegen sind Sie da und interessieren sich für diese Diskussion. Und als ich jetzt hörte, ich soll irgendwas also so streichen aus den Rechtsnormen, da ist mir jedenfalls der Artikel 18 Grundgesetz eingefallen. Der ist jahrzehntelang hat ihn keiner gekannt, aber Anfang des Jahres hat er plötzlich so einen richtigen Hype bekommen. Da gab es so eine Petition, die Grundrechte von Bernd Höcke, nein, Björn Höcke, Bernd das Brot, Björn Höcke zu entziehen. Das war ein Physiker, der die Petition eingereicht hat und der hat offensichtlich die Ausgefüge gehabt, man muss was tun. Und als dann diese Enthüllung kam über das Remigrationstreffen bei Potsdam, dann ist es durch die Decke gegangen. Also binnen weniger Tage hatte die Petition plötzlich eine Million Unterschriften. Inzwischen sind es 1,7 Millionen. Und das ist ja gigantisch einerseits. Und irgendwie versteht man natürlich auch, dass es diesen Impuls gibt, diesen gefährlichen Menschen da die Grundrechte zu entziehen. Aber das ist eine Norm, die ich einfach aus dem Grundgesetz streichen würde. Also wir sind Demokraten, wir entziehen nicht Leuten die Grundrechte. Das ist doch genau das Denken, das wir bekämpfen wollen. Also das kommt aus einer Zeit, das ist ja kurz nach dem Faschismus, ist das Grundgesetz entstanden. Und da war man natürlich auch noch irgendwie einerseits hoch erschrocken von der gigantischen Kraft des Bösen, dem man dann was entgegensetzen wollte, aber war eben auch noch nicht so gefestigt in der demokratischen Grundordnung, wie man es heute ist. Also man muss sich nur vorstellen, als das Grundgesetz geschaffen wurde, gab es noch kein Verfassungsgericht. Das ist ja eine Erfindung des Grundgesetzes gewesen. Und dass man Rechte schützen kann mithilfe des Bundesverfassungsgerichts und Verhältnismäßigkeitsprinzip, das war damals alles noch nicht so veraugen. Und deswegen hat man sowas wie hier Grundrechte verwirken ins Grundgesetz reingeschrieben. Das hat zu Recht nie eine Anwirkung gefunden. Und wir sollten jetzt nicht plötzlich anfangen, so eine hochproblematische Norm irgendwie zur Lösung von Problemen zu verwenden. Deswegen würde ich die einfach streichen. Ja, hat mich überzeugt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bijan, wie sieht es mit dir aus? Also ich kann allen, was Christian gerade gesagt hat, nur zustimmen, aber ich möchte natürlich anders auch die Frage antworten. Vielleicht können wir über Aktien später auch noch mal kurz sprechen, weil es, glaube ich, noch ein paar andere Gründe gibt, die gegen seine Anwendung sprechen. Und gerade weil er so beliebt ist, lohnt es sich vielleicht, darüber noch mal zu einem Gründe zu reden. Aber ich habe die Frage ein bisschen anders verstanden. Also welches Verhalten quasi würde ich verbieten? Mein erster Impuls war, soziale Medien verbieten. Geht natürlich viel zu weit. Und sie haben auch sehr, sehr viel Gutes. Und das ist so ein bisschen übertrieben. Dann habe ich als Zweites gedacht, ja, wie wert ist es, wenn PolitikerInnen dort nichts mehr posten dürften? Wäre das nicht vielleicht schon im Gewinn? Auch da, denke ich, wäre der Schaden wahrscheinlich zu groß, weil ja gerade auch viel Wert darin liegt in diesem unmittelbaren Austausch. Und das ist eben die Moderne. Aber vielleicht könnte es doch eine gute Idee sein, PolitikerInnen zumindest während des Wahlkampfs den Zugang zu sozialen Medien zu untersagen. Also so ein bisschen die Kontraidee zu den Wahlkampften, wenn man ja nur aushängen darf im Wahlkampf, dann aber umgekehrt ein bisschen entschleunigen, auch sozialen Medien. Auch das lässt sich wahrscheinlich durchsetzen. Und wenn man es zu Ende denkt, wird es vermutlich zu viele Probleme geben. Aber so eben gefragt nach meinem Gefühl und meinem Impuls, dann denke ich, es liegt einfach sehr viel schlechter. Oder es gibt einfach die sozialen Medien laden zu sehr viel ein, was sich auswirkt auf den Diskurs, was uns nicht gut tut im Ergebnis. Und wie man das in den Griff bekommt, ist eine riesige Aufgabe. Und auch wenn da Verboten nicht die Lösung sein wird, ist es eben ein Gefühl, das ich oft habe. Ja, dann wäre auf jeden Fall auch manchmal Ruhe einfach während Wahlkampf auf Social Media. Ist ja auch nicht so schlecht. Also das Grundgesetz kennt auf jeden Fall eine ganz besondere Verbotsnorm, und zwar die Parteiverbotsnorm an Titel 21, dass so ein bisschen der Kern des heutigen Abends sein soll und auch aktuell Kern einfach Fehlerdebatten ist, die irgendwie teils recht kopflos, hat man das Gefühl, verlaufen. Deswegen, lasst uns doch so Kopf reinbringen. Was ist denn eigentlich das Parteiverbot? Was gibt es denn da für Voraussetzungen? Wie muss eine Partei sein? Wie muss sie drauf sein? Wie stark muss sie sein, damit das Verfassungsgericht sie verbieten kann, soll, muss? Christian? Ja, ich habe also absichtlich nicht den Artikel 21 genannt bei der Frage, was ich streichen will. Also da würde ich schon sagen, das kann ich mir vorstellen, dass es da auch Anwendungsfälle gibt. Also so, das halte ich jetzt nicht für so völlig außerhalb der demokratischen Welt wie Artikel 18, wo es um individuelle Grundrechte geht. Artikel 21 ist von Beginn an im Grundgesetz drin gewesen, jedenfalls das Parteiverbot. Es gibt inzwischen auch noch eine Möglichkeit, die Parteien von der Finanzierung auszuschließen. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Das ist erst 2017 eingeführt worden. Aber das eigentliche Parteiverbot, da gab es inzwischen vier Verfahren in Deutschland, zwei in den 50er Jahren, KPD, Sozialistische Reichspartei, eins links, eins rechts. Das ist historisch interessant, aber spielt heute keine Rolle mehr. Und dann gab es zwei in der jüngeren Zeit, die nicht erfolgreich waren. Die betrafen beide die NPD. Also im 1.2003, da ist es daran gescheitert, dass zu viel Spitzel in den Vorständen der NPD war. Und da hat das Verfassungsgericht gesagt, das ist kein faires Verfahren. Also wohlgemerkt kein faires Verfahren. Es hieß nicht, dass der Staat jetzt die NPD steuert oder da Gewalt hineinträgt, was die NPD gerne so versucht hat darzustellen. Sondern einfach ist es unfair, jemanden zu verbieten in einem gerichtlichen Verfahren und dann gleichzeitig laute Spitzel da drin im Vorstand zu haben. Und das zweite Verfahren, 2017, das ist daran gescheitert, dass die NPD einfach zu schwach war. Die war da schon unter 0,5 Prozent. Und das gerade zur Frage, wie stark oder wie schwach muss eine Partei sein? Während man jetzt bei der AfD natürlich eher umgekehrt diskutiert, sind die nicht schon zu groß. Das war damals die Frage, sind die nicht einfach viel zu irrelevant, um mit so einem massiven Mittel wie dem Parteiverbot einzuwirken. Und da ist in der Folge dann eben diese Möglichkeit geschaffen worden, Parteien, die zu schwach sind, um sie zu verbieten, denen darf man dann wenigstens das Geld entziehen. Also das ist sozusagen die logische Folge gewesen, sogar vom Verfassungsgericht vorgeschlagen, was ich auch problematisch finde. Und die Voraussetzung ist, dass eine Partei, also als Voraussetzung für das Verbot, als auch für den Entzug der Mittel, darauf ausgeht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen. Was die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, hat das Verfassungsgericht 2017 neu definiert. Vorher war das so ein Acht-Punkte-Katalog, den sich keiner merken könnte. Und das Wichtigste daran da, dass man irgendwie Parteien nicht benachteiligen darf, was natürlich ein bisschen absurd ist, weil das Parteiverbot ja nun die größte Parteienbenachteiligung an sich ist. Jetzt gibt es nur noch drei zentrale Dinge, und zwar Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde. Die drei zusammen sind die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wer also diese basalen Dinge versucht zu beseitigen, den kann man verbieten. Und früher hieß es mal, das muss eine aggressiv-kämpferische Grundhaltung da sein, was nicht hieß, dass man sich schlagen muss oder schießen muss. Also da ging es nicht um Gewalt, aber so aggressiv kann man ja auch verbal sein und psychologisch. Das ist in der 2017-Entscheidung gar nicht mehr drin. Da reicht eigentlich ein planvolles Vorgehen. Das heißt also, die Hürde ist eher ein bisschen abgesenkt worden. Aber es gibt keine Pflicht, ein Parteiverbotsverfahren zu beantragen. Es gibt drei Organe, die das Antrag stellen können. Das ist der Bundestag, die Bundesregierung und der Bundesrat, also die Länderkammer. Die müssen es nicht zusammen machen, also jede einzelne kann es, aber manchmal machen sie es dann auch zusammen. Und das ist eine politische Entscheidung. Also die können sagen, das ist zwar, wir sind ganz sicher, die würden verboten werden, aber wir stellen den Antrag nicht, weil wir es einfach taktisch unklug finden oder gesellschaftspolitisch nicht schön. Darüber werden wir ja gleich reden. Und die einzige Instanz, die darüber entscheiden darf, ist das Bundesverfassungsgericht. Das ist das sogenannte Parteienprivileg. Also eine Partei hat das Privileg, nur vom Bundesverfassungsgericht verboten zu werden. Also umgekehrt in Vereinen zum Beispiel, jetzt also so wie Hammerskins oder sowas, die dürfen vom Innenministerium verboten werden, also von der Exekutive. Aber eine Partei, weil sie halt besonders wichtig ist für die Demokratie, die darf nur vom Bundesverfassungsgericht verboten werden. Ich habe jetzt zwei Fragen. Kann eine Partei zu groß sein, um sie zu verbieten? Punkt eins. Rechtlich nicht. Also rechtlich gibt es bisher jedenfalls keine Obergrenze. Aber gerade Verfassungsrecht ist natürlich immer im Fluss. Also diese Untergrenze, wo 2017 ja das Verbot der NPD dran gescheitert ist, das stand auch nicht im Grundgesetz drin, sondern das ist eben auch eine Überlegung gewesen, die das Verfassungsgericht nicht zuletzt mit Blick auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, wo die NPD ja, wenn sie verboten worden wäre, dann hingegangen wäre. Und die hätten dann möglicherweise gesagt, das geht zu weit. Und dann, das wollten sie vermeiden. Also insofern weiß man nie, ob das Verfassungsgericht in Anbetracht einer völlig neuen Lage, und die haben wir jetzt, also wir haben alle diese Parteiverbotsverfahren, also selbst die KBD, die ja die größte der vier bisher von dem Verbotsantrag betroffenen Parteien war, aber die hatte zu der Zeit irgendwie um die fünf Prozent der Stimmen bei Wahlen bekommen. Das ist natürlich kein Vergleich jetzt mit der AfD, die im Bundesdurchschnitt irgendwie knapp unter 20 Prozent ist und in manchen Bundesländern über 30 Prozent, dass man da ein gewisses Rechtfertigungsdruck hat. Also so auf der politischen Ebene, ob man überhaupt den Antrag stellt und dann ihm stattgibt, das liegt auf der Hand, ob es da am Ende eine neue rechtliche, verfassungsrechtliche Regel gibt, da bin ich auch sehr gespannt. Und nun, damit wir verstehen, was sozusagen auf dem Spiel steht, also was sozusagen die Stakes jetzt sind, wie sieht es aus mit einfach allen neuen Parteigründen, rechtlich? Kann man das machen? Also wie endgültig, wie ultimativ ist denn so ein Parteiverbot vom Verfassungsgericht? Also ein Parteiverbot geht ja ohnehin nicht von heute auf morgen. Also so das richtige, lange Verfahren. Also der Justizminister Buschmann sagt immer, ich weiß nicht, wo er das her hat, vier Jahre. Aber so die Größenordnung ist sicher nicht verkehrt. Also meine Tendenz ist zu sagen, es wird umso länger dauern, je früher man es stellt. Also so, wenn ich jetzt eine Situation habe, wo es eben nicht so eindeutig ist, wo die Partei sagt, wir sind ja verfassungskonform. Ihr versucht uns da was unterzumogeln und der Verfassungsschutz dann Zitate von Einzelpersonen brüsselartig zusammenstellt, dann ist es halt eine aufwendige Arbeit. Das muss dann ja alles belegt werden und guckt werden, dass das keine Spitzel sind. Und die Landesämter müssen abgefragt werden. Also das dauert schon mal lange, bis das zusammen ist. Dann dauert es lange, bis die AfD darauf geantwortet hat. Dann dauert es lange, bis das Verfassungsgericht das alles geprüft hat. Also so kommt man dann schon auf diese vier Jahre. Und das ist zum Beispiel ja wichtig zu sagen, will ich jetzt irgendwie auf die Wahlen im Herbst Einfluss nehmen? Also so, das wird man mit einem Parteiverbot jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen, weil man ja auch nicht sagen kann, man muss mit einer einstweiligen Anordnung ganz Schlimmes verhindern. Also so ist die AfD ja im Moment nicht. Und dann jetzt auf die Frage, den Kern der Frage zurückzukommen. Also wenn sie dann tatsächlich verboten wäre, dann kann man natürlich nicht irgendwie eine AfD-Zwei gründen. Aber irgendwas in die Richtung national-konservativ-rechtspopulistisch wird man nicht verbieten können. Man kann ja nicht in einem Europa leben, wo in jedem zweiten Staat, also die schon an der Regierung beteiligt sind, und zu sagen, bei uns wird alles verboten. Also so ist ja auch jetzt irgendwie nicht gerade ein Ausdruck von besonders hoher demokratischer Gesinnung. Also Beispiel Türkei, das kennst du ja selber, da sind ja auch die islamistischen Parteien mehrfach verboten worden und haben sich dann immer wieder etwas leicht gemildert, neu gegründet, bis dann halt die jetzige Partei von Erdogan dann sozusagen durchkam und dann irgendwann das gemacht hat, was sie jetzt so tut. Korrekt, weggeputscht auch sogar zum Teil in Mitte der 90er. Auch ganz andere Größenordnungen noch. Ja, aber die Islamisten sind, glaube ich, die sind verboten worden, weggeputscht, das waren dann eher noch demokratische... Egal. Du kennst dich besser aus. Sprich für später. Bijan, ich wollte zu dir kommen und sozusagen von dir die Aufgabe übertragen, was das, was wir jetzt gerade gehört und gelernt haben, auf die AfD zu übertragen. Soll man ein AfD-Verbot prüfen? Sollen die Parteien das anstreben? Was ist, wenn das scheitert? Hat man denen dann damit unfreiwillig irgendwie so das Zertifikat der lupenreinen Demokraten verpasst? Ronen Steinke, der Kollege von der Süddeutschen Zeitung, hat neulich gesagt, naja, wenn das jetzt scheitern sollte mit dem Verbotsverfahren, dann macht man es halt in zwei Jahren nochmal. Geht das so einfach? Also um die letzte Frage zu beantworten, nee, so einfach geht das nicht. Ich erkläre das auch gleich nochmal. Ich würde vielleicht noch auf zwei, drei oder zwei, drei Dinge ergänzen zu dem, was ihr gerade besprochen habt, um auch nochmal deutlicher zu machen, worüber wir sprechen. Also Christian hat ja die Voraussetzungen für ein AfD-Verbot dargelegt und ich würde vielleicht auch den Kern der Schwierigkeit zu kurz mal eingehen. Das hat Christian auch schon angerissen, aber wo liegt eigentlich das Kernproblem bei der AfD im konkreten oder generellen Parteiverbot hin? Wir haben die Voraussetzungen gehört, also war eine Partei quasi, welche Ziele sie verfolgen muss. Im Grundgesetz steht, die Verfassungswidrigkeit bemisst sich nach den Zielen der Partei und dem Verhalten ihrer Anhänger. Und genau da liegt quasi der Kern des Problems. Welches Verhalten von wem, welche Äußerungen von wem werden der Partei im Ganzen zugerechnet? Also wenn solche Sachen wie Potsdam, die Konferenz in Potsdam bekannt werden, dann würde quasi das Prüfprogramm so gehen, ja wer war da? War da zum Beispiel ein Bundesvorstandsmitglied da? War da jedenfalls ein Landesvorstandsmitglied da? Da waren immerhin MdBs da, Mitglieder des Bundestages. Das ist schon relativ hochrangig. Was genau haben die gesagt? Was haben die vielleicht nur geduldet? Was haben die zugestimmt? Da war ein Mitarbeiter von Alice Weidel dabei. Also da setzen dann extrem komplizierte Zurechnungsprozesse ein. Und das macht es so vertrackt im Gegensatz zur NPD, die sehr viel offenkundiger war in der Mitteilung ihrer Ziele, also dessen, was sie eigentlich vorhat. Da hat das Bundesverfassungsgericht im Prinzip mit Parteiprogrammen arbeiten können, mit Beschlüssen arbeiten können, mit Aussagen von Bundesvorstandsmitgliedern, auf Parteitagsreden, auf öffentlichen Veranstaltungen. Und genau so leicht macht es die AfD einem möglichen Verbotsverfahren eben nicht. Und das ist auch quasi ein Teil der Antwort auf deine erste Frage im AfD-Verbot. Also ich bin keiner, der sagt, wir müssen jetzt sofort einen Antrag stellen. Auf keinen Fall. Aber AfD-Verbot prüfen, ja unbedingt. Was ist denn der Unterschied? Was ist denn der Unterschied, wenn man jetzt sagt, Antrag, nein, prüfen, ja. Wer prüft dann in dem Szenario? Also prüfen ist eine interne Prüfung. Da prüft zum Beispiel das Bundesinnenministerium, der Bundesverfassungsschutz prüft das oder der Bundestag beauftragt beispielsweise RechtswissenschaftlerInnen damit, alles Material zu sichten, was öffentlich verfügbar ist. Die schreiben zum Beispiel einen Entwurf oder auch nur ein Gutachten und tragen also einmal alles zusammen, was es gibt und bewerten das. Das ist nach meiner Vorstellung etwas, was das BMI, das Bundesinnenministerium, längst tun müsste. Denn wovon ich überzeugt bin, wenn die Voraussetzungen für ein Parteiverbot vorliegen, dann kann man es jedenfalls sehr gut begründen, dass man einen Antrag auch stellt. Also wenn diese sehr, sehr hohen Voraussetzungen da liegt. Aber im Moment weiß das eben niemand so genau. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Und euer Kollege Wolfgang Janisch auch von der Süddeutschen hat auch ermüßelt, dass wohl im BMI auch tatsächlich niemand daran arbeitet, so ein Verbot tatsächlich mal zu prüfen. Ganz kurz zu dieser Frage, mit der kann eine Partei zu groß sein. Also ich glaube nicht, dass es jemals zu einer rechtlichen Voraussetzung werden würde, dass eine Partei zu groß für ein Verbot ist, weil das im Prinzip ja ein bisschen widersprüchlich wäre. Weil von einer ganz großen Partei geht natürlich auch eine ganz große Gefahr aus. Also eine ganz große, ansonsten verfassungsfähige Partei, ist auch besonders gefährlich. Aber ich sehe es so wie Christian, ich glaube, der Druck darauf, dass die Entscheidung dann richtig ist, wächst natürlich enorm. Das heißt, die Prüfungsintensität, die das Bundesverfassungsgericht an Anliegen ansetzen würde, wäre deutlich höher bei einer Partei von der Reichweite der AfD. Und das auch zu Recht, würde ich sagen, als bei einer verhältnismäßig unbedeutenden Partei, wie der NPD die Heimat. Und dann noch zu der letzten Frage, wie nachhaltig ein Verbot ist, also die letzte Frage, die du vorhin noch gestellt hattest. Christian meinte ja schon, also man kann eine Partei einfach so neu gründen. Die würde dann sofort nach Vereinsrecht wieder verboten werden können, wenn sie dann eine Ersatzorganisation der verbotenen Partei ist. Aber was man tun könnte, theoretisch wäre, dass man eine schon bestehende Partei wiederum infiltriert. Und mit der Werteunion beispielsweise, die ja von Hans-Georg Maaßen gegründet wurde, bietet sich da ja auch vielleicht so ein Vessel, also so ein Gefäß an. Und eine solche Partei, die schon vor dem Verbot bestand, müsste tatsächlich durch ein komplett neues Parteiverbotsverfahren laufen. Sprich, das würde natürlich wiederum dauern. Aber ein Parteiverbotsverfahren ist wieder ein kurzfristiges Mittel zur Verhinderung von rechtsextremistischer Politik, wie Christian schon sagte, weil es jahrelange dauert. Und es wäre auch kein langfristiges Mittel, weil eben nach sieben, acht oder zehn Jahren dann die Werteunion oder wer auch immer eine andere neue Partei wieder da sein könnte, wo die AfD ist. Aber es ist eben ein sehr effektives Mittel, mittelfristig die Partei. Also rechtsextreme Einstellung, in Form dieser Partei von der Regierung fernzuhalten. Und jetzt noch kurz begründet, warum kann man nicht alle zwei Jahre wieder so ein Verfahren anstrengen? Deshalb, weil wenn einmal das Gericht in der Sache entschieden hat, also das Verfahren ist zweistufig. Es gibt erst so ein sogenanntes Vorverfahren, das ist so ähnlich wie beim Strafprozess, da reicht die Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift ein und dann prüft das Gericht, ob die Anklage genügend hergibt, um eine mündliche Verhandlung anzusetzen. Und genau dasselbe gibt es auch beim Parteiverbotsverfahren. Und da in diesem Stadion scheiterte damals das erste NPD-Verbotsverfahren aus den Gründen, die Christian schon genannt hat. Also so viele Spitze in der NPD-Spitze. Wenn aber einmal mündlich verhandelt ist und also das Ganze, also alle tief einsteigen und in der Sache darüber diskutiert wird und eine Sachentscheidung getroffen wird, dann kann das Gericht laut dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz einen erneuten Antrag nur prüfen, wenn der sich auf wesentlich neue Tatsachen stützt. Das heißt, man kann nicht dann sagen, wir haben jetzt zwei Beweismittel mehr und jetzt probieren wir es halt nochmal und dann zwei Jahre später wieder, sondern es müsste dann einfach so viel vorliegen, dass es so ein Gewicht hat, dass jeder sagt, okay, das hat jetzt einfach eine völlig andere Qualität. Und dazu kommt ja noch das politische Problem, wie man, wenn man einmal sich durchgerogen hat zu einem Parteiverbotsverfahren, das dann gescheitert ist, dann noch mal politisches Kapital mobilisieren möchte und nach zwei Jahren genau dasselbe nochmal zu probieren, das sehe ich einfach nicht. Und das dritte Problem ist, bis dahin könnte die Partei ja auch längst an der Macht sein. Also konkret die drei Antragberechtigten, Bundestag, Bundesrat, sind es mittelbar über Koalitionsvereinbarungen, ich weiß nicht was, Tolerierungsvereinbarungen, so infiltriert haben, dass ein Antrag gar nicht mehr möglich ist. Also es könnte nach hinten heraus auch einfach irgendwann einen zeitlichen Schock geben, überhaupt für die Möglichkeit, so einen Antrag zu stellen. Das war ein bisschen lang, aber wie gesagt, das sind aber kurz was auch vorhin. Voll, absolut, natürlich erlaubt. Wir sind ja schon mittendrin in den Szenarien, deswegen würde ich da auch ganz gerne drin bleiben und auf die bisschen größere philosophische Frage, was ist überhaupt wehrhafte Demokratie, wie war das damals gemeint, wie ist es jetzt und so. Darauf kommen wir aber noch. Erstmal würde ich gerne dich, Bijan, nochmal fragen, in diesem Gefüge, wir haben jetzt schon gesagt, die Werteunion spielt eine Rolle, könnte vielleicht eine Ersatzorganisation werden, eventuell, weiß man nicht vielleicht. Die Union, also CDU, CSU, man spricht von der Brandmauer, wie stabil ist die, weiß keiner. BSW ist eine neue Kraft. Welche Rolle spielt dieses Spektrum? Also BSW vielleicht mal außen vor, die sind ja noch so ein bisschen mysteriös, aber so dieses Mitte-Rechts-Spektrum, das Spektrum, was halt, ja, vielleicht nicht so hardcore, national-konservativ, aber so ein bisschen da so dran schrappt. Was ist mit denen eigentlich? Also, ja, um es in einem Satz zu sagen, es hängt eigentlich alles von ihnen ab. Also auf verschiedenen Ebenen. Natürlich, wenn es jetzt unmittelbar um Regierungsmacht für die AfD geht, dann hängt alles davon ab, dass FDP eingeschränkt, weil sie inzwischen einfach sehr klein ist, vor allem aber die Union und eben gegebenenfalls BSW mit der AfD koalieren oder sich von ihr tolerieren lassen oder sie tolerieren. Das ist der einzige realistische Weg der AfD zur Macht, denn dass sie in einem Land, das rechtlich im Bund, die absolute Mehrheit erringen, ist schlicht jedenfalls kurzfristig unwahrscheinlich. Und das ist der eine Punkt. Der zweite, vielleicht wichtigere Punkt, wenn man jetzt mal optimistisch ist und sagt, die AfD wird nicht regieren, ist, was es mit dem Diskurs insgesamt macht. Also, wie reagieren konservative Parteien auf rechtsextreme Herausforderungen? Denn das sind sie ja. Also, sie fordern ja nicht unbedingt die Grünen heraus, auch wenn die Grünen das Feindbild sind. Aber die Herausforderung, die gilt ja den Mitte-Rechts-, vielleicht sogar teilweise Mitte-Lingsparteien, je nach Programm der Extremisten, der Rechtsextremisten. Und wie reagieren sie auf diese Herausforderung, nämlich, dass deren eigene Position, also rechtskonservative Position, überspritzt und eben teilweise ins Extremistische übertrieben werden? Wie reagieren die darauf? Geben die dem nach? Bis wohin geben sie dem nach? Und was wiederum bedeutet das für den Diskurs insgesamt? Macht das die Partei anschussfähig, wofür viel spricht? Also öffnet es eigentlich die extremistische Partei für eine breitere Wählerschaft, weil sie eben nicht mehr zu extrem wahrgenommen wird? Öffnet es eben die rechtskonservativen Parteien und ihr Wählermilieu selbst für diese extremistischen Parteien, um potenziell mit ihnen zusammenzuarbeiten? Und was macht das mit dem politischen Diskurs insgesamt? Auf die ja auch linke, grüne Parteien reagieren, wie man ja in den letzten neun Monaten ungefähr sehen konnte, wie stark auch die Ampelkoalition reagiert hat auf das Erstarken der AfD, indem sie aus meiner Sicht immer rechtere Politik betrieben hat, aus einer eigentlich rein formalen Mitte-Links-Koalition heraus. Also das ist eine Riesenherausforderung, aber die größte Verantwortung liegt auf jeden Fall bei der Union am Ende. Christian, nochmal um den Begriff des politischen Kapitals aufzugreifen, das es bräuchte, um ein Verbotsverfahren anzustrengen. Wie siehst du da die Rolle des Mitte-Rechts-Spektrums? Du sahst gerade so ein bisschen skeptisch aus bei der Frage, könnte die AfD vielleicht sogar alleine an die Macht kommen? Wie siehst du das? Ich habe deswegen skeptisch geguckt, weil es ja tatsächlich Szenarien gibt, gerade in Sachsen, wenn da jetzt viele der sogenannten etablierten Parteien an der 5-Prozent-Hürde sind. Also wenn da SPD, Grüne, FDP, vielleicht sogar die Linke unter 5% wäre und dann noch die üblichen Tierschutz- und Freie Wähler, dann hätten plötzlich 25% der Stimmen, die nicht vertreten sind. Und dann kann eine Partei, die vielleicht 35% der Wählerstimmen erreicht, also so ist dann schnell in den Bereichen, wo sie dann sogar eine absolute Mehrheit im Parlament hat. Also das sind Szenarien, die im Moment, ich will nicht sagen sehr wahrscheinlich sind, aber zumindest auch nicht ausgeschlossen werden können. Deswegen habe ich da ein bisschen skeptisch geguckt. Aber natürlich ist, was Bijan sagt, viel wahrscheinlicher, dass es in irgendeiner Form um eine Koalitionsduldungs- oder Tolerierungsmodelle geht. Und das sehe ich im Moment, glaube ich, auch. Bei der CDU in östlichen Bundesländern, da weiß man natürlich tatsächlich manchmal nicht so. Und da gibt es ja auch manchmal so eine Haltung, also wir lassen uns vom Westen gar nichts sagen. Also am deutlichsten sichtbar ist es ja bei dem FDP-Politiker Kemmer, der in Thüringen ja wieder antritt. Also nachdem er... Kemmerich. Thomas Kemmerich? Ja, natürlich westliche Ignoranz, den Namen eines so wichtigen FDP-Politiker nicht richtig aussprechen zu können. Genau. Also so und der ist ja richtig innerhalb der FDP auch verfilmt. Der kriegt kein Geld für seinen Wahlkampf, aber ist eben von der FDP aufgestellt worden. Das ist Ausdruck unserer demokratischen Ordnung, dass also die Parteien von unten nach oben gebaut werden und das eben nicht die Zentrale sagen kann. Also so dieser Landesverband passt uns nicht. Da schicken wir jetzt irgendwie den sehr erfolgreichen Verkehrsminister Wissing hin. Ja, oder so. Ja, wüsste ich das. Ein guter Herr Karlauer. Und deswegen, also sowas kann man sich bei der CDU ja durchaus auch vorstellen. Da gab es ja auch in Thüringen, also die CDU hat da ja auch mitgemacht, den Kemmerich zu wählen und bekam dann einen Anschiss von Merkel und die haben gesagt, was fällt dir ein? Also so, wir wissen am besten, was gut für Thüringen ist. Und also so dieses, ja, aufsässige, renitente, wo man ja auch, wenn es jetzt nicht darum ginge, immer auch so eine leichte Sympathie hat, sich nicht irgendwie hin und her zu dirigieren zu lassen und sagen, wir machen unsere Sachen selber. Also so, das ist da schon relativ stark vertreten. Deswegen würde ich im Moment sagen, also ist alles, ist sehr vieles möglich. Also so die spannende Entwicklung, die wir jetzt haben seit zwei Wochen, ist ja diese ganze Russland-China-Sache. Und also so vielleicht noch mehr China als Russland, weil Russland ist Deutschland ja auch, also durchaus gewisse Grundsympathien hat, also auch bei der Linken. Aber China, das geht jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit. Also so, und also da jetzt eine AfD als die patriotische Partei, die Partei für Deutschland, das andere sind die Vaterlandsverräter, die Volksverräter. Und jetzt paktieren die da mit irgendwelchen Diktaturen und lassen sich noch dafür bezahlen. Also das ist das, wo möglicherweise ein Game-Changer sein kann. Also so, um mal was Positives zu sagen. Also so, dass auch manchmal gibt es da Dinge, die gar nicht politisch jetzt Leistungen der herrschenden politischen Parteien sind, sondern es kommt einfach was raus, was da eine Dynamik hat. Also so, von der man, ja vorher, die man gar nicht gezielt erzeugen kann. Um direkt bei dir zu bleiben, es ist so, der Begriff schwebt immer mit im Raum, sobald es um die Frage des Parteiverbots geht, und zwar der wehrhafte Demokratie. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du bist nicht so ein Fan des Begriffs. Genau, kannst du einmal erklären, was verstehen wir darunter, welche Rolle spielt das Parteiverbot, das Instrument des Parteiverbots in dem Arsenal der wehrhaften Demokratie? Und wie hat vor allem der Erfinder Karl Löwenstein das gemeint mit der Militant Democracy? Ist wehrhaft wirklich die 1-zu-1-Übersetzung von Militant in diesem Zusammenhang? Also ich kenne ihn ja nicht, aber soweit ich das mitbekommen habe, also so der Begriff Militanz, das wird ja auch immer wieder dann von Autonomen, also so, die dann ihr Steine werfen, damit rechtfertigen und sagen, ja auch Karl Löwenstein hat ja gesagt, militante Demokratie, und wir sind doch die militante Demokratie. Ich glaube, dass es möglicherweise eine nicht ganz korrekte Übersetzung ist, also so auch im Französischen ist ja der Begriff Le Militant, also so sind dann halt die Aktivisten, würde man auf Deutsch sagen, also so diese Nähe zu Gewalt, also ist dem nicht so innewohnt, aber natürlich ist der deutsche Übersetzung wehrhaft, also so, wenn man da an Bundeswehr denkt und Wehrpflicht und also diese ganzen militärischen Sachen ist ja auch nicht so viel besser, aber ich habe weniger ein Problem mit dem Begriff als mit dem Konzept, also so, es ist ja einfach eine Summe von Möglichkeiten, die Demokratie, die ja verteidigt werden soll, dadurch einzuschränken, indem man keine Freiheit für die Feinde der Freiheit ist, so der Slogan, der ja irgendwie auch in sich stimmig klingt, aber die Frage ist halt, also so wie selbstwidersprüchlich kann man sein, um noch überzeugend zu sein, und da gibt es sicher irgendwelche extremen Grenzen, über die wir dann noch reden wollen, aber so im Prinzip würde ich erstmal sagen, Hände weg davon, also so Demokratie ist dann überzeugend, wenn sie halt nach demokratischen Grundregeln läuft, also so sprich, die Meinungsfreiheit gilt erstmal für alle Meinungen, die Demonstrationsfreiheit gilt für alle Anliegen, gerade Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit, das betontes Verfassungsgericht ja immer wieder sind, Ausdrücke von Machtkritik, also dass da der Staat angegriffen wird oder die Regierung verunglimpft wird, ist nicht irgendwie, dass es aus dem Ruder läuft, sondern das ist irgendwie der Sinn der Sache, nicht weil es toll ist, sondern weil A, die Leute einfach ihren Kropf leeren können, also so ganz individual, halb psychologisch, das tut den Leuten ja auch gut, als wenn sie irgendwie immer nur mit den Tauben irgendwie sowas reden können und dann halt also so, möglicherweise haben sie ja auch mal Recht, also so möglicherweise gibt es ja auch Dinge, die einfach niemand richtig traut, sich anzusprechen, weil es irgendwie im internationalen Kontext nicht passt oder die Rechte würde dann sagen, weil wir irgendwie historisch irgendwie bestimmte Knackse haben und deswegen jetzt irgendwie andere Sachen nicht machen können, das ist ja nichts, wo man jetzt von vornherein sagen kann, das ist ein Argument, das darf man gar nicht bringen, weil historisch, also da beißt es sich ja dann in den Schwanz, also so, deswegen würde ich sagen, also Demokratie ist erstmal für alle da und muss alles irgendwie zulassen und dann nur in äußersten, also wirklich sehr schwer zu rechtfertigbaren Dingen, über die wir dann wahrscheinlich, eine der nächsten Fragen sein, was ist es dann, wo es dann wirklich nicht anders geht, da dann einzuschreiten, das ist wehrhafte Demokratie und da es jetzt nun mal im Grundgesetz steht, also so Artikel 18, finde ich, kann man noch streichen, ohne dass das Konzept an sich aufgegeben wird, aber ansonsten würde ich einfach sagen, eng auslegen. Bijan, ja, bitte. Ja, genau. Ich wollte es vielleicht noch erweitern, dieses Konzept der wehrhaften oder man muss sagen, auch streitbaren Demokratie, um, also Christian hat es jetzt auch die repressiven Mittel, also dass die Mittel, die es quasi zur Unterdrückung von extremistischen Meinungen gibt, abgestellt, aber man kann das auch positiv formulieren, also in der Beziehung, glaube ich, ist unsere Verfassung insbesondere auch einfach erhellend, dass es ja auch darum geht, die zivile Bevölkerung selbst in eine Position zu bringen, wie es in den extremistischen Bestrebungen etwas entgegensetzen kann, also in dem beispielsweise Meinungsfreiheit großgeschrieben wird, in dem es Rechtsschutzmöglichkeiten gibt gegen extremistische Gesetze, also insbesondere die Verfassungsbeschwerde zum Beispiel, mit der man sich gegen letztendlich Entscheidungen und in gewissen Maßen auch gegen Bundesgesetze, Landesgesetze wenden kann, die Möglichkeit, sich in Vereinen zusammenzuschließen, demonstrieren zu gehen und all das, also das streitbar heißt in diesem Sinne auch, dass Menschen selbst in der Position sind, überhaupt gegen das anzustreiten und gegen das anzugehen, was möglicherweise von einer extremistischen Regierung oder auch von einer extremistischen Minderheitsfraktion in einem Parlament so verlautbart wird. Also wenn ich gerade kurz einhaken darf, finde ich natürlich sehr sympathisch, wie du den Begriff umdeutest, aber da mache ich natürlich sofort mit, ja, also so, dann nehmen wir den Begriff den Verbietern weg und sagen, also so, eigentlich ist die wehrhafte Demokratie ein Konzept der Freiheit, der Selbstermächtigung, der zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation, also so, dass, also die Frage ist also, ob da jetzt im allgemeinen Diskurs, also ob wir das schaffen, wir beide den Begriff so umzumünzen, also ich glaube, dass er noch nicht so weit verbreitet ist in der Lesart, wie du es jetzt vertrittst. Ich würde, ich würde es auch nicht exklusiv, sondern kumulativ verstehen. Also ich glaube, es ist tatsächlich beides damit gemeint. Ich denke, und wenn ich zum Beispiel mich für eine Prüfung eines AfD-Verbots ausspreche, dann meine ich das auch nie so, dass man an allen anderen Freunden jetzt die Hände in den Schoß legt. Also weder die politische Opposition, also Opposition zu den Rechtsextremisten, noch die Zivilgesellschaft sind damit irgendwie aus der Verantwortung entlassen. Im Gegenteil. Also Streifer oder wehrhaft ist die Demokratie ja eigentlich sowieso immer nur dann, wenn und solange die politische Elite und auch wenn wahrscheinlich die Mehrheit im Volk es vermutlich notwendig dafür daran glaubt. Also ohne das, ohne diese Voraussetzungen können wir sie sowieso vergessen. Und dafür ist eine Voraussetzung dann wiederum, dass sie sich artikulieren, organisieren können und so weiter und so fort. Ja, das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Woran liegt denn dieses Missverständnis, dass man bei der wehrhaften Demokratie an so einem repressiven, verbietenden Staat mit so einem Herrschaftsgestus denkt? Ich würde vielleicht eine Parallele ziehen zum Begriff des Rechtsstaats, der ja auch gerne in die Richtung irgendwie so zumindest sehr eindimensional nur verstanden wird. Irgendwie Silvesterkrawalle oder irgendwas geht ab und dann hört man schon die CDU-Politiker nach der vollen Härte des Rechtsstaats rufen und irgendwie gefühlt nimmt das auch zu in den letzten Jahren diese Drehung des Rechtsstaatsbegriffs hin zu etwas, was der Staat seinen Bürgern antut und nicht umgekehrt eben etwas, was den Bürgern eigentlich Abwehrinstrumente an die Hand gibt gegen den Staat. Haben wir da irgendwie so ein grundlegendes Missverständnis? Gerne beide nacheinander. Also ich glaube, dass es kein Missverständnis ist, wie ich ja versucht habe zu sagen. Also so wehrhafte Demokratie ist definiert und wenn Bishan sagt, wehrhafte Demokratie allein reicht nicht aus, man muss auch andere Sachen machen, dann sind die anderen Sachen deswegen noch keine wehrhafte Demokratie, so wie Strafrecht auch allein nicht reicht. Aber deswegen, wenn ich sage, Strafrecht muss irgendwie durch Sozialpolitik ergänzt werden, dann ist Sozialpolitik ja noch nicht Teil des Strafrechts. Also Strafrecht ist halt, dass ich Leute ins Gefängnis stecke und Geldstrafen gebe und wehrhafte Demokratie ist, wenn ich Leuten Parteien verbiete, Grundrechte wegnehme, Vereine verbiete und das ist nichts anderes. Also alles andere ist gute Rhetorik. Bishan? Ja, also kann man so sehen, wie gesagt, ich habe auch den Eindruck, dass, also wie du es gerade gesagt hast, Özge, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Rechtsstaat festmachen, dass darum dann tatsächlich ein Fehlverständnis vorherrscht bei vielen Menschen, also gerade so InnenpolitikerInnen, die darunter tatsächlich verstehen, einfach nur die bestehenden Gesetze bis zum Äußersten durchzusetzen und für mich ist es genauso die Verteidigung gegen diese übermäßige Durchsetzung, die zum Rechtsstaat dazugehört. Und so verstehe ich eben dann auch den Begriff, der, wie gesagt, ich glaube, das Bundesverfassungsbeet selbst hat das mal mit streitbaren Demokratie übersetzt und wenn man das eben so formuliert, dann wird es auch mehr als nur dieses eher martialische Sich-Wehren gegen Extremismus. Also natürlich hat sowohl der Rechtsstaat als auch die wehrhafte Demokratie beide Seiten, weil sie natürlich im Rechtsstaat stattfindet und die Tatsache, dass nur das Verfassungsgericht jemand verbieten darf, ist ja Ausdruck dieser rechtsstaatlichen Idee, dass man eben jetzt nicht einfach sagt, ja, du bist jetzt Innenminister und entscheidest mal, welche Parteien du für gefährlich findest. Also dass da ein aufwendiges Verfahren erforderlich ist, dass es eben nur durch das Verfassungsgericht als besonders hoch angesehenes, pluralistisch besetztes Organ gemacht werden kann, ist ein zutiefst rechtsstaatlicher Gedanke, der natürlich Teil dieser wehrhaften Demokratie ist, aber er ist eben genauso Teil eben dieser Repression wie der rechtsstaatliche Grundgedanke des Strafrechts, dass ich nur was wegen einer Sache bestraft werden darf, die vorher bestraft worden ist, dass die Strafe proportional sein muss, dass am Ende irgendwie der Resozialisierungsgedanke, also Repression und Verhältnismäßigkeit schließen sich ja in unserem Staat nicht aus, sondern sind immer miteinander verbunden. Also so. Ja. Was sind denn dann jetzt eigentlich die Grenzen, wenn wir es jetzt mal inhaltlich, materiell quasi greifen wollen, die Grenzen dessen, was gefordert, gesagt, besprochen werden darf? Also man könnte es jetzt natürlich sich einfach machen und sagen, ja, alles was irgendwie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung geht, Verfassungsgericht hat irgendwie diese drei Punkte gesagt, was Rechtsstaat, Demokratie, Menschenwürde. Ja, also können wir das vielleicht mal so mit Leben füllen? Bijan, gerne. Ja, ich kann gerne mal anfangen. Also vielleicht versuche ich es mal zu veranschaulichen an diesen drei Begriffen. Also oder umgekehrt, warum hat das Gericht überhaupt das so eng geführt? Es hätte ja auch lernen können, ja alles, was im Grundgesetz steht. Aber das hätte natürlich keinen Sinn ergeben, weil das Grundgesetz kann man ja ändern. Also man kann fast alles im Grundgesetz ändern, außer den Artikel 1 und 20 beziehungsweise die darin verankerten Grundsätze und da stecken eben... Was ist das? Also genau, Artikel 1 Menschenwürde, was ist Artikel 20? Was besagt Artikel 20? Gut, Artikel 20 sind so die wesentlichen Grundprinzipien des Staates, also dass die Bundesrepublik Deutschland ein Sozialstaat ist, eine Demokratie ist, dass alles Staatsgewalt vom Volke ausgeht und dergleichen mehr. Also das sind quasi so die grundlegenden Prinzipien und das wiederum hat das Bundesverfassungsgericht dann ein bisschen näher ausbuchstabiert. Ich versuche es mal mit Beispielen zu führen. Also Menschenwürde... Also da passt es auch darunter, dass die fundamentale Gleichheit der Menschen in Frage gestellt wird. Also genau das, was in Potsdam mutmaßlich besprochen wurde, dass also Menschen unterschiedlichen Wert haben, obwohl sie formal gleichgestellt sind, also zum Beispiel alle Deutsche sind. Wenn sie Deutsch mit Migrationsgeschichte sind, dann müssen wir sie vertreiben und alle anderen dürfen hier glücklich werden. Wenn man die Demokratie zurückführt auf einige Prinzipien, dann könnte man zum Beispiel die Gleichheit der Wahl nennen. Also wenn jetzt wieder unterschiedliches Gewicht bestimmten Menschen zugesprochen würde, den Wahl, den Stimmen bestimmter Menschen zugesprochen würde, dann wäre das ein Verstoß dagegen. Auch extremes Garrymandering, also zum Beispiel, dass man die Wahlkreise so zurechtschneidet, dass immer eine bestimmte Partei die Mehrheit hat, würde dagegen verstoßen. Und das Rechtsstaatsprinzip, das würde man fundamental verletzen, wenn man zum Beispiel sagt, Polizeimaßnahmen können nicht mehr gerichtlich überprüft werden oder sowas. Dann würde man an solche Grundfesten ran. Also das nur ein bisschen, um es versuchen zu veranschaulichen. Das kann natürlich diverse Austrägungen haben, aber das wären ziemlich sicher alles Dinge, die, wenn eine Partei sie zum Ziel machte, ihr Verbot begründen könnten. Also wir haben im Moment ja insofern ein Anschauungsmaterial, als dass es ja diese Prozesse um die Verfassungsschutzbeobachtung der AfD gibt. Und da werden genau die gleichen Fragen verhandelt. Also so im Moment sind wir in der zweiten Instanz beim Oberverwaltungsgericht Münster. Der Prozess läuft gerade. Er läuft viel länger, als man gedacht hat, weil die AfD schon weiß, dass es gegen sie ausgeht und sie deswegen da Klamauk macht und es in die Länge zieht. Und dort geht es eben auch um die Frage, ist die AfD zumindest mal ein Verdachtsfall, ein extremistischer Verdachtsfall, der die freiheitlich-demokratische Grundordnung beeinträchtigt. Und der zentrale Punkt, der dort, also zumindest in der ersten Instanz beim Verwaltungsgericht Köln, dessen Urteil ja vorliegt, also ein relativ langes Urteil, also da geht es um 80 Prozent des Inhalts, geht es um die Frage des Staatsvolkbegriffs. Also Bichern hat es ja, ich gucke immer da hin, das sehen Sie vielleicht gar nicht, da ist Bichern, also so. Aber wahrscheinlich ist die Kamera, wo Bichern mich sieht, irgendwo ganz anders und immer wenn ich ihn angucke, denkt er, warum guckt er weg? Schau, ist er hier in der Ecke. Wo ist die Kamera? Da. Dahinten? Ah, okay. Also hallo Bichern. Nur damit du es mal verstehst, Bichern, warum ich irgendwie immer so an der Seite weg gucke. Also Bichern hat ja zu Recht gesagt, also es geht um den Staatsvolkbegriff auch und dort ist es ganz zentral und es ist wirklich super kompliziert und also so, ich würde mal sagen, das ist so kompliziert, dass es also schon die meisten Juristen nicht richtig verstehen und die Frage, die sich daraus dann ergibt, also so, ob sich darauf dann so ein, ja, so ein Verbotsverfahren, das ja auch Akzeptanz haben muss, dann gründen lässt. Also so, man kann eben nicht sagen, dass im Staat des Grundgesetzes alle Menschen gleich behandelt werden müssen. Also Leute, die nicht deutsche Staatsbürger sind, werden offensichtlich nicht gleich behandelt. Ja, also so haben die jetzt keine Menschenwürde deswegen, weil sie nicht gleich behandelt werden, sondern man guckt da nur auf die Staatsbürger und dass bei den Staatsbürgern dann diejenigen mit Migrationshintergrund anders behandelt werden in der Rhetorik der AfD, die sagt, also wir wollen die alle gleich behandeln, aber wir haben das Ziel, dass das deutsche Staatsvolk, also diejenigen, die die Staatsbürgerschaft haben, möglichst nahe an dem ist, was autochtone Deutsche sind, also die irgendwie deutsche Eltern, Brutsverwandtschaft und so weiter haben. Also so die Eingebürgerten will man irgendwie eng halten und dann kommt die Aussage, wenn sie sich nicht integrieren oder assimilieren, dann will man sie auch loswerden, wie auch immer das dann passieren soll, das wird dann nicht näher ausgeführt. Da kann man sich natürlich vieles darunter vorstellen, was wirklich jenseits vom Akzeptablen ist, aber erstmal nur zu sagen, ich habe den Wunsch, dass das deutsche Staatsvolk möglichst mit dem, was ich mir als Deutschen so vorstelle, identisch bleibt. Also so das zu sagen, dass das verfassungsrechtlich zum Verbot führt, während die Forderung Ausländer raus eine legitime migrationspolitische Meinungsäußerung ist. Also dass das zusammen sozusagen das eine ist, darf man nicht mal irgendwie verbieten und das andere führt dazu, dass du selber verboten wirst. Also würde ich sagen, das versteht kein Mensch. Und auf der Ebene führen wir im Moment diese Verbotsdebatte. Und das zeigt ja auch schon, also so wie schwierig das ist, also so da genug Material zusammenzubekommen, wo man dann sagen kann, damit bin ich auf der sicheren Seite. Das wird das Verfassungsgericht auf jeden Fall akzeptieren. Ich würde sehr gerne noch auf ein, auf die, nur kurz, deswegen machen wir es auch jetzt erst, weil ich finde, das muss man immer begrenzen, wie viel man über so die Propaganda der AfD selbst spricht und wie die AfD sich selbst darstellt und so weiter. Aber ich würde trotzdem noch gerne darauf eingehen zum Schluss, bevor ich zur Abschlussfrage komme. Die AfD, also die AfD ist nur ein Beispiel, nicht mal unbedingt so das cleverste Beispiel im internationalen Vergleich für genau diese Taktik. Wir sehen das bei Donald Trump zum Beispiel sehr, sehr viel erfolgreicher. Die Strategie, sich selbst als Kämpfer der Meinungsfreiheit darzustellen und vor allem als Opfer einer willkürlich handelnden, repressiven Meinungselite, die auch irgendwie überall gleichzeitig ist, also die irgendwie die Unis regiert, die in den Medien sitzt, die die Politik sowieso macht, aber die auch die Justiz macht. Also wie gesagt, wir sehen bei der AfD auch Töne davon. Wir sehen das generell bei Rechtspopulisten sehr, sehr stark. Wie ist das zu beurteilen? Also wie kann das sein, dass die sich selbst so erfolgreich so darstellen können, dass sie irgendwie sagen, wir sind ja zum Beispiel die Einzigen, die für den Volkseinscheid auf Bundesebene sind. Wir sind ja eigentlich die wahren Demokraten. Wir sind vor Ort, wir sind in den kleinen Wahlkreisbüros, wir sind bei den Menschen, wir sind bei den kleinen Leuten. Im Gegensatz zu diesen Eliten, die irgendwie in ihrem Elfenbeinturm sitzen. Also ich denke manchmal, ist das eigentlich der neue politische Kampf von morgen. Gar nicht unbedingt rechts gegen links, gar nicht unbedingt, keine Ahnung, liberal gegen konservativ oder so, sondern die vermeintliche Elite gegen die vermeintlichen kleinen Leute. Auch wenn man sich dann die Steuer- und Rentenpolitik der AfD anguckt und es wieder was ganz anderes bei rauskommt. Aber genau, also wie ist das zu beurteilen? Christian. Also was weltweit ja beobachtet wird, ist so ein Gegensatz zwischen Stadt, Land. Also dass die urbanen Eliten, und nicht weil sie Eliten im Sinne von die Herrschenden sind, sondern weil sie einfach andere Werte haben, postmaterialistischere Werte haben, dass ihnen Umweltschutz, Klima wichtig ist, Genderfragen, Geschlechtergerechtigkeit, dass sie lieber Tofu grillen als andere Sachen grillen. Da geht es dann natürlich schnell ins Lebensweltliche. Und wenn dann diese urbanen Eliten, die natürlich dort sind, wo die Universitäten sind, wo die Medien sitzen, wo die Parlamente sind, die haben natürlich einen anderen Zugang zu Öffentlichkeit. Und das merken natürlich die Leute, die das alles noch nicht so nachvollziehen können und wollen, auch. Und wenn die jemand anspricht und sagt, also so, die interessieren sich einen Scheißdreck für euch, die nehmen euch irgendwie das Grillfleisch weg, also so, die wollen, dass ihr irgendwie nicht mehr Auto fahrt und dass euer Kind irgendwie mit 14 entscheiden kann, dass es irgendwie diese Geschlechtsverwandlung nimmt. Das sind dann Dinge, die Leute verschrecken oder verärgern. Und das ist halt so ein Stadt-Land-Gegensatz, den es auch in Ungarn, in Polen und so weiter gibt. Also so im Prinzip, also überall, also so sowohl in Autokratien als auch in Demokratien. Und das irgendwie zusammen zu bekommen, also so da Diskurse zu führen, die Leute nicht erschrecken, nicht ausgrenzen, ist sicher jetzt der Schritt von unserer Seite, was man als erstes machen muss. Also wenn man jetzt als Antifa irgendwie in ein Dorf einmarschiert und sagt, wir haben euch was mitgebracht, Hass, 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 dann ist die Akzeptanzquote etwas niedriger, als wenn man da Blumen verteilt und Kuchen backt oder Ähnliches. Also irgendwie mit den Menschen auf gleicher Ebene kommuniziert. Und da sind wir wieder dann beim Thema. Die ganze Verbotsdebatte, die sehe ich halt eher so. Da sind Leute, die ja jetzt, das sind jetzt nicht wenige, sondern in Sachsen, Thüringen, 30 Prozent der Bevölkerung, die sagen, also die AfD vertritt Anliegen, die mir wichtig sind. Und wenn man denen sagt, also so, nee, mit euch diskutiere ich gar nicht, ihr seid verloren. Euch kann man eigentlich nur verbieten. Also so, das ist ja auch eine Aussage. Also dass da jetzt irgendwie, es geht ja gar nicht darum, die Leute sofort zu überzeugen, aber irgendwie sie so ins Gegensatz, ins gegensische Lager zu treiben, indem man sagt, mit euch rede ich nicht, euch verbiete ich einfach nur. Also so, da ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwie in fünf oder zehn Jahren sagen, ja, also es war irgendwie gut, dass das, also so, dass man mir damals was gesagt hat, so eher gering. Also so die Berufsopfer, Berufsverbotsopfer von, aus den 70er Jahren, die sind ja immer noch tief innerlich verletzt. Also so, und dass man jetzt selber, also wir haben ja jetzt gerade letzte Woche in Brandenburg ist die Regelanfrage für den Verfassungsschutz eingeführt worden, und vor jeder Einstellung im öffentlichen Dienst muss der Verfassungsschutz gefragt werden, ob gegen die Person was vorliegt. Das ist genau das, was man in den 70er Jahren als Berufsverbotspraxis bezeichnet hat. Also so, dass man jetzt genau, die Leute, die das da, also immer noch kritisieren, was damals passiert ist, das jetzt aber selber fordern, weil es gegen die Richtigen geht, das ist halt, finde ich, das Problem, das wir damit selber für den demokratischen Diskurs erzeugen. Pijan, ist die Verbotsdebatte Teil des Problems? Huh, was ist mit dem Ton? Pijan, da bist du wieder, super, okay. Ein Stund. Also die Verbotsdebatte, die bringt sicher nicht Menschen zurück in die Mitte. Also das ist, glaube ich, also klar, das ist auch nicht, das erwartet auch niemand, dass die Debatte, ich finde die Debatte selbst trotzdem richtig. Ich würde Christiane zustimmen, dass man nicht einfach nur sagen kann, wir verbieten die Partei konkret aus und ihr habt halt Pech gehabt. Also ich glaube, wenn es wirklich zu einem Verbotsverfahren kommt, dann muss das sehr aufwendig begleitet werden, also dann muss das erklärt werden. diese Aufgabe wäre natürlich auch beim Bundesverfassungsgericht. Wenn das denn die Partei wirklich verbieten würde, bin ich mir auch sicher, es würde das nur tun, wenn es sehr, sehr gute Gründe dafür hat, die es auch erklären kann. Also man muss das schon gesamtheitlicher sehen und es ist halt auch viel zu kurz gedacht, einfach nur die Partei zu verbieten und dann ist alles gut. Das wäre einfach total. Vielleicht nochmal zu deiner Ausgangsfrage von vorhin, was eigentlich mit der Meinungsfreiheit und wie sie quasi zu einem Argument für die AfD oder für Rechtsextreme werden konnte. Also ich bin dafür kein Experte, ich bin kein Soziologe oder so, aber mein Eindruck ist, dass es bestimmten Kräften gelungen ist, den Widerspruch zu ihren Meinungen mit Zensur gleichzusetzen. Also es sprechen, es können einfach heutzutage Menschen gehört werden mit Argumenten und mit Auffassungen, mit eigenen Lebensgeschichten, die vor 20 und erst recht nicht vor 40 oder 50 Jahren auch nur zu Wort gekommen wären. Also beispielsweise Transpersonen, die plötzlich Zehntausende Follower haben in Social Media und dadurch eine echte Stimme, die auch im Parlament sitzen, weil sie dort, weil sie es dazu bekennen können, wer sie sind, überhaupt die politischen Meinungen für beispielsweise den Grünen oder so, die lange Zeit verteufelt wurden, die sind jetzt mit 15 Prozent im Parlament und so weiter und so fort. Also es ist einfach, es werden heutzutage sehr viele Meinungen geäußert zu den, beziehungsweise es wird von sehr vielen Seiten Widerspruch geäußert zu hergebrachten, konservativen bis teilweise extremistischen Meinungen und das wurde erfolgreich umgemünzt in Zensurrufe. Und faktisch ist ja der Befund, dass die AfD jetzt wirklich, dass niemand mit der AfD redet, ja falsch. Also jetzt in den letzten Monaten waren ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass in zig große Talkshows immer wieder Spitzenleute der AfD eingeladen wurden, um überwiegend auch über sich selbst zu sprechen, also über ihre eigenen Positionen und die zu erklären und Leute zu verteidigen, die der Korruption, das jetzt mal politisch gesprochen, das Landesberat beschuldigt werden und dergleichen mehr. Also die und auch natürlich alle in Aufnutzung, was so gegen Transrechte, gegen Geflüchtete, gegen gendergerechte Sprache, all diese Meinungen sind natürlich im Diskurs und waren es immer. Es gab nie einen Zeitpunkt, in dem die in einer Form verboten wurden oder so. Sie haben einfach von vielen Seiten mehr Widerspruch bekommen, als es vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Und das ist einfach sehr mächtig. Also der Ruf nach, meine Meinung wird verboten, ist sehr mächtig. Ich erlebe es ja im eigenen Umfeld. Und wenn ich meinen Verwandten erklären möchte, warum das N-Wort nicht mehr verwendet werden sollte, dann muss ich wirklich diskutieren drüber und das erklären. Und die fühlen sich persönlich angegriffen, weil die haben das ihr halbes Leben lang völlig ohne irgendwelche Vorbereite gesagt und fühlen sich, wenn ich ihnen sage, das ist falsch und das auch begründe, warum, dann fühlen sie sich erst mal herabgesetzt und denken sich erst mal, was redet der mir jetzt hier ein, dass ich irgendjemandem dann ein Schimpfwort verwendet hätte oder so. Und das ist einfach, deshalb ist es einfach, wenn quasi andere Menschen nicht die Gelegenheit haben, mit einem nahen Verwandten, dem sie auch vertrauen und dem sie zuhören, lange genug zuhören, sich das anzuhören und das zu verstehen, dann wird es eben als Herabsetzung und als Eingriff übergriffen empfunden, obwohl es eigentlich nur Widerspruch ist, also der Gebrauch der Manuswahl. Und ja, das hat Donald Trump verstanden, intuitiv, das haben viele andere auch schon vor ihm verstanden und das ist ja auch bis längst in das konservativ-Mittelspektrum übergegangen, diese Argumentation und sie verfängt offenkundig bei sehr, sehr vielen Menschen. Also wird es so eine Kontinuität ziehen? Weil es ist ja schon ein großer Unterschied, ob wir davon sprechen, dass du jetzt irgendwie deiner Tante erklärst, was sie M-Wort nicht sagen soll oder ob eine Million Menschen eine Petition unterschreiben, dass Björn Höcke die Grundrechte entzogen werden sollen. Also kannst du die Parallele nochmal erläutern vielleicht? Dazu sehe ich keine Parallele. Also Donald Trump hat verstanden, die Leute fühlen sich herabgesetzt durch solche gefühlte Zensur, aber wir sprechen ja zum Teil wirklich von richtiger Zensur. Also es ist ja auch die Rede gewesen davon, ob man Trump von den Wahlzetteln nimmt und also durch Gerichtsbeschluss und solche Sachen. Ja, also die US-Rechtslage ist ja auch nochmal kompliziert und Zensur ist das ja nicht. Also was ist Zensur? Zensur ist eigentlich, dass staatliche Verbot bestimmte Meinungen, also der Staat ist Verbot bestimmte Meinungen zu äußern, aber vor allen Dingen, dass zum Beispiel in Presse, in Presse, Texten etwas über die Regierung geschrieben werden darf, etwas nicht über die Regierung geschrieben werden darf. Das ist Zensur in seinem eigentlichen Kern. Wenn man jetzt natürlich einen Menschen verbietet, von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen, dann kommt es dem sehr nahe, ist sogar noch viel extremer als Zensur. Ich bin, aus dem von Christian schon gedacht, wir würden auch total gegen ein Verfahren nach Artikel 18. Ich finde auch diesen ganzen Artikel unsäglich und völlig unzeitgemäß und kontraproduktiv und er bringt auch nichts, selbst wenn er Erfolg haben würde, ein Verwirkungsverfahren Erfolg haben würde und ja, ich verstehe, dass das so eine Gegenreaktion führen kann, aber rational ist es ja nicht, also, dass man jetzt, wenn man Artikel 18 verfahren blöd findet, jetzt erst recht, also dieses Erstrecht-Argument AfD wählt, das ist ja nicht logisch, weil das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun, das ist eine Trotzreaktion und die, also das mag so sein und ist dann auch, also damit muss man umgehen und das muss man natürlich einkalkulieren, aber eigentlich ist es keine rationale Reaktion, sondern man sollte ja eigentlich Björn Höcke oder eine Partei wählen, weil man von ihren Inhalten überzeugt ist, nicht weil irgendjemand eine Petition startet, die darauf ausgerichtet ist, den Landesvorsitzenden, also dessen Grundrechte zu entziehen. Möchtest du noch was sagen? Dazu, gerne. Also die Petition, da hast du natürlich völlig recht, die kam ja nicht von staatlicher Seite und es hat auch niemand aufgegriffen, aber dass der Verfassungsschutz jetzt in fast allen Bundesländern die AfD überwacht, als Extremisten darstellt und damit natürlich immer auch versucht, aus dem politischen Diskurs auszugrenzen. Das ist ja auch immer so ein Mittel zu sagen, ja, ladet die nicht ein, also so, ich meine, hier sitzt ja auch keiner, so, warum? Gebt denen keine Zuschüsse, wenn jemand, also so... Die Stiftung ist ja auch von der Finanzierung ausgeschlossen worden. Ja, also da, da haben wir ja dann jetzt auf mehreren Ebenen getrickst, also so und letztlich, also so, im Moment wird sie ja ausgeschlossen, weil man einfach die Hürde hochgesetzt hat, dass man drei Jahre im Bundestag, drei Wahlperioden im Bundestag sein muss, aber bei der nächsten Wahlperiode werden sie es wahrscheinlich nicht auf vier Jahre hochsetzen, sondern da kommen dann die Argumente, die dann halt wirklich belegt werden müssen, dass die Stiftung selber auch, nicht nur die Partei, die dahinter steht, die Stiftung selber auch möglicherweise verfassungswidrige Dinge macht. Das muss dann noch belegt werden, aber da entscheidet dann auch nicht das Verfassungsgericht als erste Instanz, sondern die Innenministerin. Also so, da hat man wieder so eine Exekutiventscheidung, aber das sind alles Beispiele, wo durchaus der Staat konfrontativ, repressiv auf die AfD reagiert und natürlich jetzt nicht wegen der Gendersprache oder wegen dem Fleischkonsum. Das sind dann die Sachen, die dann irgendwie so im Umfeld mitschwingen, sondern da kommt dann immer diese Staatsvolkssache, die natürlich auch viele nicht so interessieren. Ja, warum darf die Innenministerin eine Abschiebeoffensive ankündigen und der Kanzler sagen, jetzt muss mal so richtig abgeschoben werden und wenn die AfD sagt, wir müssen was tun gegen illegale Migration, dann werden sie an Pranger gestellt. Das sind ja Dinge, wo die Leute sagen, da wird mit zweierlei Maß gemessen und die einen, die gehören dazu und die anderen gehören nicht dazu und die, die nicht dazu gehören, die haben sich dann halt, weil sie das Gefühl hatten, sie werden ausgegrenzt und natürlich auch nicht zu Unrecht, ihre eigene Medien geschaffen, ihre eigene Medienwelt geschaffen, ihre eigene Parallelwelt geschaffen. Also es war insofern ja auch wirklich kontraproduktiv. Also so dieses Ausgrenzen hat dazu geführt, dass hier Parallelwelten in Deutschland entstehen, wo man also nur mit den Ohren schlackert, was da alles an Wirklichkeiten, angeblichen Wirklichkeiten vertreten wird. Also auch das spricht dagegen, so eine allzu konfrontative, ausgrenzende Strategie mit politischen Gegnern zu fahren, seien sie noch so bescheuert, gefährlich oder demokratiegefährdend. Hast du noch eine Ergänzung? Ja, also ich würde vielleicht eine sagen, ja, also wenn Scholz sagt, wir müssen wieder in großem Spiel abschieben, dann finde ich diese Aussage schrecklich, also ich persönlich politisch, aber wenn die AfD sagt, wir müssen in großem Spiel abschieben, dann sind auch einfach unterschiedliche Dinge gemeint. Also sie meinen ja auch nicht dasselbe. Also das klang jetzt gerade bei dir, Christian, du meintest es sicher nicht so, aber man muss ja auch die Aussagen schon interpretieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, die sagen und vertreten die gleichen Ziele. Also Scholz einerseits und die AfD andererseits. Und mit der AfD kann man ja auch verschiedene wiederum meinen. Björn Höcke, den Thüringer Landesverband, die zusammen mit drei und zwei anderen Landesverbänden nach dem Potsdam-Treffen ein Papier veröffentlichen. Jetzt reden die Migration, also in dem Sinne, wie man das damals verstehen musste. Und dann vielleicht irgendwelche westdeutschen Politiker, die niemand kennt in der AfD, die dann vielleicht eine gemäßigtere Variante von Ausländern raus oder jetzt Abschieden vertreten. Also es ist nicht das selbe. Das wollte ich einfach nur mal sagen. Wie glaubt ihr, kann man dieses ganze Spannungsfeld aus staatlicher Repression, aber durchaus eben auch wehrhafte Demokratie im Sinne von einer lebhaften Demokratie, einer streitbaren Demokratie. Wie kann man das besser vermitteln? Oder anders, gibt es ein Missverständnis vielleicht grundlegend darüber, was damit eigentlich gemeint ist? Also eine völlige Chancengleichheit, das haben wir jetzt irgendwie festgestellt, eine völlige Chancengleichheit bei der politischen Willensbildung gibt es nicht. So ist das Grundgesetz nicht konzipiert. So ist eine Post-Weimar-Demokratie nicht konzipiert, weil wir unsere Lektion gelernt haben, sag ich mal. Aber haben die Leute das einfach nicht so richtig verstanden? Oder warum funktioniert diese Strategie, dass man sich als so Zensuropfer oder als so Opfer einer Meinungselite darstellt? Und wenn ja, wie kann man das besser vermitteln, besser erklären? Christian? Naja, also das Positive, würde ich mal sagen, ist, dass die AfD sich ja auch auf dieses Grundgesetz bezieht. Also so, sie sagt ja jetzt nicht weg mit dem Grundgesetz, also so Demokratie hat versagt, sondern sie stilisieren sich als diejenigen, die eben die Hüter des Grundgesetzes sind. Also ganz massiv war es ja in der Corona-Pandemie, wo sie dann anfangs eigentlich, so wir sind eine rechte Partei, also müssen wir für harte Maßnahmen sein. Und dann aber relativ schnell umgeschwenkt sind, dass sie gemerkt haben, nee, also so unsere Klientel tickt anders und die holen wir jetzt ab. Also so, indem wir da die Diktaturerzählung auspacken und sagen, also so diese ganzen solchen politischen, wie sagt man heute, emissionsschutzrechtlichen Maßnahmen, die sind eine Wegnahme der Grundrechte und so weiter. Also so, das finde ich erst mal, also so sehr ich das in der Sache ablehne und für sachlich falsch halte und da alles Mögliche miteinander verwischt und nicht verstanden wird, auch aus meiner Sicht. Aber ich finde es erst mal gut, dass sie immer noch sozusagen auf der gleichen Werteebene diskutieren, weil das ja jetzt, wir haben es ja gehabt, also die unterschiedlichen Wirklichkeiten, die es gibt. Also hier reden wir immerhin über die gleichen Grundrechte, die im gleichen Grundgesetz stehen und manchmal rufen sie sogar das Verfassungsgericht an, was erst mal auch, also die sind natürlich auch ein bisschen genervt, dass sie so oft angerufen werden, aber erst mal ist es ja durchaus positiv, dass es so noch gemeinsame Dinge gibt, über die man dann diskutieren kann. Und dieses, ja. Ist das denn wirklich, ist das so oder ist das Rhetorik? Ja, Mischung natürlich, so wie natürlich auch die etablierten Parteien sich gegenseitig Verfassungswidrigkeit vorwerfen und dann natürlich auch immer ein bisschen oder manchmal mehr Rhetorik dahinter steht. Also so politisches Geschäft darf rhetorisch sein. Also so. Die Bezugnahme aufs Gesetz, aufs Grundgesetz sollte vielleicht mehr sein als Rhetorik. Oder Bijan, was sagst du? Ja, also das ist auf jeden Fall auch Taktik. Also es ist ja so eine Faschismus-Theorie besagt, dass faschistische Parteien spätestens seit der NSDAP, seit sie das erste Mal verboten wurde, verstanden haben, dass sie so lange legal agieren, bis sie niemand mehr aushalten kann. Also natürlich steckt da Taktik beziehungsweise Strategien dahinter, dass die AfD, also man unterstellt, sie umtreibt düstere Ziele, als sie offenkundig sind. Dann kann es natürlich ein Teil dieser Strategie sein, das eben zu verdecken und das Grundgesetz hochzuhalten und dergleichen mehr. Und wenn man jetzt mal also unter die Oberfläche guckt, also in die Chats zum Beispiel, diese unsäglichen, die es gibt, die Telegram-Chats oder irgendwelche Facebook-Gruppen, es ist ja auch schon relevant, nicht nur, was die Parteispitze so von sich gibt, sondern was auch auf deren Facebook-Seiten so von sich gegeben wird. Und da wird Menschen, der Tod gewünscht, noch und Löcher und noch Schlimmeres und Vergewaltigung und ich weiß nicht was und keiner von denen löcht das. Also da gibt es etliche Chatprotokolle von Organisationen, die das sammeln, die diese Gruppen infiltriert haben und was öffentlich wird. Und also da steckt einfach schon ein Geist unter der Oberfläche, der mich schon zweifeln lässt, ob diese Bekenntnisse zum Grundgesetz auch nur ansatzweise ernst gemeint sind oder eben doch einfach nur taktisch motiviert. Christian, ich habe deine Antwort so ein bisschen unterbrochen. Wir waren bei der Frage quasi Vermittlung, Verfassungswerte, Verfassungstreue, überhaupt erst mal verstehen, wie ist das gemeint mit der politischen Willensbildung in der Verfassung und so. Gibt es da überhaupt irgendein Missverständnis oder ist das meine elfenbeinturmige Haltung? Wenn ich vielleicht gerade noch ein bisschen eine Sache zurufen kann, also so, du wolltest ja die Politiker aus den sozialen Medien ausschließen, also ist das, was du da schilderst, nicht irgendwie ein Argument dafür, eher die Leute auszuschließen, die also so völlig... Ich muss ja auch sagen, wenn man jeden Politiker an den Äußerungen der degeneriertesten Facebook- und Twitter-Nutzer messen würde, dann gäbe es wahrscheinlich überhaupt keinen mehr, der irgendwas sagen darf. Ja, aber also so, das ist halt dann, da setzt man natürlich immer in der Schwierigkeit, ist das Öffentlichkeit oder ist das nicht Öffentlichkeit? Da wird ja auch viel drüber diskutiert, diese Chatgruppen, also sind es ab 20 Leuten Öffentlichkeit oder nicht? Also so, wo darf ich irgendwie wirklich noch meinem sinnbefreiten, niedrigsten Beweggründen irgendwie Ausdruck verleihen, ohne dass dann jemand sagt, das würde aber zu schlimmen Zuständen führen, wenn dem jetzt alles Folge geleistet wird. Also so, ich denke da, also muss man irgendwie auch... Es geht ja um einen Geist, also Birchand hat über einen Geist gesprochen, der zum... Ja, also so, na klar, es ist wie mit den, auch mit den psychisch kranken rechten Straftätern, die greifen dann auch keine Rechten an, sondern Linken und Ausländer, also die wissen dann schon, wo sie sind und so ist es mit den, mit den, sag ich jetzt mal, böse, mit den Irren in Chatgruppen auch, ne, also so, das ist natürlich irgendwie Ausdruck eines gesellschaftlichen Klimas, wenn nicht in der Gesamtgesellschaft, dann um sie herum, ne, und da ist, ne, also jetzt um auf die Frage zu kommen, wie wir, wie wir das Klima verbessern, also so, ich glaube, dass wir als der Teil der Gesellschaft, der sich für vernünftig hält und, ja, für sachlich und, und für Menschen zugewandt, nicht menschenfeindlich und, ähm, fortschrittlich im Sinne, dass man auch offen für neue Gedanken ist, also so, ja, dass es da einfach dazugehört, dass man akzeptiert, dass andere Menschen eben nicht so sind, ja, oder noch nicht so sind, ja, und dass es, ja, Fortschritt Reibung erzeugt, also so, und diese Reibung auszuhalten ist und wenn die sich in Parteien manifestiert, die, die schwierig sind, also so, ja, also so, ich meine, das ist mit, mit Migration auch, also so ist jetzt natürlich, glaube ich da, sagen wir mal, nicht die richtige Migrationsgeschichte, um das zu sagen, ja, aber, so funktioniert diese Bühne nicht, ja, ja, also, aber, ähm, eine Einwanderungsgesellschaft erzeugt natürlich auch spezifische Reibung, ne, und dass man da dann Themen wie Kriminalität von Ausländern irgendwie anders wahrnimmt als Themen von Pfälz, äh, Migration, Kriminalität von Pfälzern oder von Hessen, so, äh, das, äh, finde ich, liegt irgendwie auf der Hand, das ist soziologisch sicher gut zu erklären. Also mehr Toleranz der Intoleranz? Ja. Ja. Nein, das finde ich wirklich, also so, äh, ist eine sehr gute Formel, ja, weil ich glaube, dass wir, äh, in der Gesellschaft, äh, wenn wir sozusagen immer mit gleicher Münze, sagen, die sind doch auch, ja, so, oder, oder wir müssen härter sein, weil, äh, sonst kriegen wir die nie los, also so, ähm, das, ich glaube, dass es eher einen Kreislauf, äh, gibt, der eher kontraproduktiv ist. Sagt Christian Rath, was sagt Bijan? Ja, also, ich, ich verstehe den Gedankengang komplett und ich, ähm, würde denen mitgehen, wenn ich am Ende eben doch ganz schön viel auf dem Spiel stünde. Also, äh, bis zu einem gewissen Grad, äh, finde ich auch, muss man viel aushalten. Mehr, mehr aushalten, vielleicht auch einfach. Mehr aushalten, also einfach als Ergänzung eben, also als, dass wir das auch so mitnehmen können, einfach wirklich irgendwie, ähm, mehr auszuhalten, auch einander auch mehr auszuhalten. Ja, ja, also, ich meinte das jetzt eher abstrakt. Also, ich weiß nicht, ob wir noch mehr auszuhalten müssen, als gerade jetzt schon so im Diskurs, in manchen Diskussionen, so passiert. Und gerade auch das, was ich eben zitiert habe, oder wiedergegeben habe, dass er in manchen Chatgruppen eben auch ordentlich nachvollziehbar ist, also auch Twitter und so weiter. Also, da sind so viele unsägliche Dinge, die auch sprachbar sind und so, die einfach nicht gelöscht werden, bei denen ich, also jetzt schon nicht sagen würde, ob man jetzt unbedingt mehr aushalten muss. Ich meine das mehr abstrakt. Wir müssen auf jeden Fall viel aushalten. Aber ich bin nicht dazu bereit, also eine Regierungsübernahme durch Extremisten auszuhalten und zu gucken, wo das dann hinführt. Also, jetzt mal total zugeschritten. Und, also die AfD ist nicht die NSDAP und Björn Höcke ist nicht Adolf Hitler und wenn die AfD an die Macht kommt, wird es keinen zweiten Holocaust geben. Aber all das mal gesagt, hätten wir 1932, nach den letzten Wahlen im November, als die NSDAP 33 Prozent gewonnen hat, hätten wir da die Möglichkeit gehabt, die NSDAP zu verbieten, wer in diesem Raum hätte das nicht getan, wissen natürlich jetzt mit all dem, was passiert ist. Also, die Toleranz muss Grenzen haben. Die Frage ist dann eher, also prinzipiell, und die Frage ist dann einfach nur, bis zu welchem Punkt. Und darüber kann und muss man streiten. Aber, dass es grundsätzlich Grenzen geben muss für die Toleranz gegenüber dem Intoleranten, das hat die Geschichte gezeigt, das ist einfach wahr. Einverstanden, alle. Ja, also da bin ich ja auch einverstanden. Wunderbar. hervorragend. Dann würde ich sehr, sehr gerne die Runde öffnen. Wie gesagt, wir haben einen Livestream, aber sie sagen natürlich nicht ihren Namen, ihr Gesicht wird nicht zu sehen. Genau, deswegen bloß keine Hemmung. Wir haben wirklich ein gut besetztes Podium. Bitteschön, die Dame. So, eine Frage, die mich in der ganzen Diskussion immer umtreibt, ist, müssen wir nicht sehr viel genauer darauf achten oder ist ein Verbot nicht vor allem deshalb möglich, wünscht es wert, was auch immer, um diesen Marsch durch die Institutionen zu stoppen? Also, wie ihr ja vom Meulenwagen-Thüringen-Projekt oder so, da wird es ja immer untersucht. wie weit eine Partei auch ohne absolute Mehrheit kommen kann, wenn sie einfach bestimmte institutionelle Posten übernehmen kann, dadurch noch mehr Einfluss ausfüllen kann und ja, ihren Einfluss einfach vergrößern und wachsen und wachsen kann. Ist das nicht ein Punkt, den wir sehr genau beobachten müssen in dieser Situation. Haben das alle verstanden? Gut, bitteschön. Also, der Marsch durch die Institutionen heißt, ich beteilige mich an Wahlen und wenn ich eine Mehrheit bekomme, dann soll sich auch was ändern im Staat. das finde ich, kann man jetzt niemandem vorwerfen, dass er versucht, dann entsprechend Positionen zu besetzen, entsprechend Gesetzgebung zu machen. Die Frage ist dann, wo die von Bichern zumindest mal abstrakte reklamierten Grenzen liegen. aber das also jetzt gibt ja diesen Fünf-Punkte-Plan von Björn Höcke, also so, dass er sagt, er will dann also so den Verfassungsschutzpräsidenten abberufen und den Verfassungsschutz zu einer Spionageabwehr Organisation machen, was eine gewisse Ironie hat im Moment. Bei dem Wort Spionage denkt man natürlich auch an eine Partei, die gerade im Auftrag fremder Mächte hier unterwegs ist, aber so hat er das vermutlich nicht gedacht. Also so, also dass er den Verfassungsschutz raus aus der innenpolitischen Debatte und dieser Prangerwirkung, an der natürlich in Sachsen und Thüringen nicht zuletzt die AfD auch steht, rausnimmt. Also so, ja, also so, wenn jetzt die Linke antritt und sagt, sie will den Verfassungsschutz abbauen, dann würde man sagen, ja, das sind die Lehren aus den Skandalen der letzten Jahrzehnte und wenn es die AfD macht, dann sagt man uh, gefährlich, also so, klar, also so, ich würde sagen, die Tatsache, dass jemand Einfluss haben will und den Einfluss dann auch ausübt, das ist nicht Ausdruck der Gefährlichkeit, sondern es kommt dann schon immer materiell drauf an, was sie mitmachen und auch andere demokratische Parteien wachsen nicht einfach exponentiell immer weiter, sondern in der Regel gibt es dann ja auch irgendwann mal Probleme, so und dann sind sie plötzlich doch wieder halb so groß wie vorher. Bijan. Also ich habe nur zwei Drittel, die hinteren zwei Drittel der Frage gehört oder der Meldung, aber ich glaube, ich habe jetzt auch aus der Antwort von Christian verstanden, worum es ging, also Thüringen-Projekt und so weiter. Ich bin ein bisschen anderer Auffassung oder ich will es vielleicht an dem Beispiel des Bundesverfassungsgerichts festmachen. Es gibt eben dann doch so ein paar Institutionen, die absolut zentral sind für unsere Demokratie und unter anderem auch weil das Bundesverfassungsgericht über das Parteivarbotsverfahren entscheidet. Und wenn die einmal korrumpiert sind, dann gibt es quasi keinen Weg zurück mehr. Jetzt mal ein bisschen drastisch zugespitzt. Also wenn das Bundesverfassungsgericht einmal seine Rolle, also seine Kompetenzen beraubt ist und beispielsweise ein dritter Senat eingeführt würde, der mindestens eben mit vier Personen durch die AfD mit durch die AfD gewählt würde und dieser Senat bekäme dann die Kompetenz für ein Parteivverbot und dadurch könnte die AfD wieder verboten werden oder bekäme die Kompetenz zwar eine neue Wahlreform zu prüfen und so weiter und so fort. Also sprich, es gibt schon einige Punkte, die ich für so zentral halte, dass man rausschauen sollte und prüfen sollte, ob man Dienst so gut schützen kann, dass eine AfD mit einfacher Mehrheit nicht diese Änderungen oder ihre Macht nicht auf illegitime Art und Weise festigen kann oder dass wir mit legitimen Instrumenten dagegen halten können. Also das Thüringen-Projekt würde ich auch, also finde ich eine sehr interessante Sache, aber es ist meiner Meinung nach kein Teil kein Teil der wehrhaften Demokratie, weil sie eben nicht darauf abzielen, jetzt jemand zu verbieten oder Grundrechte zu nehmen oder Vereine zu verbieten, sondern sie sagen, ich muss die Institutionen, die Kerninstitutionen so stärken, dass sie nicht so leicht übernommen werden können. Da kann man im Detail dann auch drüber diskutieren, also so, wenn man dann sagt, also da muss dann die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen ein Gesetz bekommen, damit es eben nur durch ein neues Gesetz aufgehoben werden kann und dann ist das transparent. Ja, also erstens glaube ich, ist die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen jetzt nicht so ein zentraler Akteur wie das Bundesverfassungsgericht und zweitens, also so sind viele Dinge natürlich auch nicht wirkliche, es sind einfach Hürden werden erhöht, so wie ja auch bei der Wahl von Verfassungsrichtern eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist und wenn ich das ins Grundgesetz reinschreibe, dann kann ich das auch nur mit Zweidrittelmehrheit wieder abschaffen, derzeit steht es in einem einfachen Gesetz und ich kann es mit einfacher Mehrheit dann auf Wahl mit einfacher Mehrheit umstellen. Das sind so die Dinge, über die das Thüringen-Projekt redet, also wie muss ich die Regeln verändern, damit ich die Demokratie schützen kann, ohne irgendjemand Grundrechte wegzunehmen und deswegen, also so ist diese Resilienz der Demokratie, also die Widerstandsfähigkeit der Demokratie gegen Übernahme, also gegen feindliche Übernahme muss man ja immer sagen, das halte ich für eine durchaus legitime Diskussion. Das Thüringen-Projekt ist vom Verfassungsblock eine Reihe von Beiträgen, die sich mit der Frage beschäftigen, am Beispiel Thüringens, wie man die Demonstration Das sind zehn Leute, das ist richtig viel Geld dazwischen, also so viel Heilserwartung und ich glaube, dass es auch etwas übertrieben ist, also das Beispiel mit der Landeszentrale für politische Bildung, das zeigt so, dass diese Beispiele, wo sie dann gesagt haben, da haben wir eine Schwachstelle entdeckt, es ist nicht so, dass mit den Vorschlägen, die die jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche vorgestellt haben, dass damit irgendwie der Faschismus in Thüringen verhindert werden kann, also wenn Björn Höcke eine Mehrheit hätte und da absolut regieren würde, dann würden alle diese sieben Vorschläge, glaube ich, gar nicht mehr groß wirken, aber und dann muss man sehen, Thüringen ist halt nur ein Bundesland, also es gibt nach wie vor die Möglichkeit jedes thürischen Bürgers und Bürgerinnen das Bundesverfassungsgericht anzurufen, wenn also diese AfD-Mehrheit im Landtag dann diskriminierende antidemokratische grundgesetzwidrige Gesetze macht und letzter Punkt Polen, also so das polnische Verfassungsgericht wurde völlig gedreht, also so das wurde sozusagen unterwandert von der PIS-Regierung und war kein, also kein Kontrolleur mehr, ist praktisch als Kontrolleur ausgeschaltet worden und trotzdem ist es A gelungen, also durch Wahlen wieder eine neue Regierung zu bekommen und diese neue Regierung, neue Parlamentsmehrheit muss jetzt mit diesem ja umgetreten noch aus der alten antidemokratischen Regierungszeit besetzten Verfassungsgericht leben, was alles auch schwierig ist, ja und aber es geht auch offensichtlich und man wird irgendwie auch noch einen Weg finden, also so hoffentlich, also wie man mit diesem Verfassungsgericht und diesem Präsidenten umgeht, also es ist auch nicht so, dass praktisch alles immer nur schiefe Ebene ist und wenn man erstmal einen Kipppunkt erreicht hat, dann ist kein Aufhalten mehr, also so wir sind hier in einer stark vernetzten europäischen Gesellschaft und es gibt einen europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, es gibt einen europäischen Gerichtshof, also in Luxemburg und Straßburg und die Staaten jedenfalls, wir auch, also Deutschland sind da mit eingebunden, schwieriger wird es dann, wenn man rausgeht, so wie die Briten, da ist dann die Einbindung nicht mehr so gut, aber jedenfalls würde ich sagen, es ist immer, es ist alles so kompliziert und vernetzt, dass alles nicht so schnell den Bach runter geht, hoffe ich jedenfalls, wie man es befürchten könnte. Weitere Fragen? Ja, klar. Klar. Ja, nee, 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 nehmen wir Fragen dran. Gut, bitteschön. Ja. Also, erstmal herzlichen Dank für die Darstellung, ich fand es ja das Spannungsfeld ausgeleuchtet, das hat mir gut gefallen, aber ich habe noch keine Antwort letztlich, was man macht. Und worauf ich eigentlich hinaus will, wir haben auch das auch angekündigt, so wie eigentlich die etablierten Parteien bestimmte Themen übernehmen. Und ich glaube, wir haben ein großes Problem in unserer Debatte, dass auch zum Beispiel bei einem Migrationsthema die Problemanalyse der AfD Einfluss genommen hat auf die Diskurs, insgesamt auf den Diskurs, den wir in der Gesellschaft haben. Ich überspitze jetzt bewusst ein bisschen, wenn ich die Augen zumache und bestimmte Politiker und Politikerinnen höre, habe ich manchmal das Gefühl, auch wenn sie auch in der CDU sind, das hört sich an die AfD bei einigen Punkten so. Und ich wünsche mir eigentlich von unseren demokratischen Parteien, dass sie diesen Diskurs oder diesen Positionen der AfD etwas entgegensetzen, inhaltlich und nicht nachäffen und auch vorlesen, also sie haben selber das Beispiel genannt, irgendwie von der Spiegelgeschichte, wir müssen große Stille abschieben von Scholz. Das ist für mich eigentlich unsäglich. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir eigentlich mehr Zivilcourage brauchen, mehr Widerstand brauchen, um dem etwas entgegenzusetzen und nicht den Diskurs zu imitieren und glauben, es wird besser dadurch. Und vielleicht eine Anschlussfrage, wir haben ja auch den Artikel 20 Grundgesetz zitiert, es gibt auch den Artikel, den Absatz 4 da drin, wo das Widerstandsrecht des deutschen Volkes auch noch mal beschrieben wird. Vielleicht können Sie da auch noch mal was zu sagen. Ob das eigentlich eine Möglichkeit ist, wenn es denn mal so weit käme, dass die AfD an die Regierung kommt, was wir denn mitnehmen kann? Also wenn die AfD an der Regierung wäre, wäre auf jeden Fall kein Fall von Artikel 24, also da warne ich Sie ausdrücklich, also wenn Sie jetzt schon die Waffen im Keller haben, also so machen Sie keine Dummheiten, ja, also so kommen Sie in Teufelsküche mit, also da geht es wirklich um einen Putsch oder also so, also dass nur eine Regierung an die Macht kommt, die man für gefährlich hält und der man alles Mögliche zutraut, hat, ja, aber die noch, das noch nicht gemacht hat, ist kein Fall für den Widerstandsrecht. Also das ist natürlich auch so, sagen wir mal, gewisse Poesie auch, also so, dass ja in der Phase der Notstandsgesetze ist es eingekommen, so als Ausgleich, dass man gesagt hat, der Staat soll mehr Möglichkeiten haben, also die Bundeswehr soll auch Aufstände niederschlagen können, so und dann soll aber auch umgekehrt, wenn alle Institutionen versagen oder ausgeschaltet sind, soll der Bürger eben auch nochmal ermächtigt und ermutigt werden, aber das ist, glaube ich, keine Situation mehr, wo wir über rechtliche Kategorien reden und ja, der andere Punkt, den Sie hatten. Die CDU-Politiker, die sich anhören, wie er steht mit. Genau, also so die, ja, die, die, die Schwierigkeit ist, also ich finde diese Aussage von Scholz auch unsäglich, aber vielleicht aus einem anderen Grund als sie, also so, also wenn hier jemand kommt, Asyl beantragt und dann abgelehnt wird und dann nicht abgeschoben werden kann, weil er seinen Pass verschleift, also so und die Botschaft auch kein Interesse hat zu sagen, dass es unser Bürger ist und die dann so kollosiv zusammenwirken, dass das irgendwie zu einem gewissen Unmut führt, also dass ich hier ein aufwendiges Asylverfahren durchführe mit dem Argument, also so, es gibt Leute, die sind Asylberechtigt und andere sind es nicht und wir haben keine offenen Grenzen und jeder kann kommen, sondern es können die kommen, die halt wirklich verfolgt sind, wenn das dann dadurch unterlaufen wird, dass die, die nicht, also nicht als verfolgt anerkannt sind, einfach da bleiben, das kann man darüber diskutieren, also ob das jetzt toll ist oder nicht toll ist, wenn man für offene Grenzen ist, kann man sagen, ja, das ist pfiffig und wenn man sagt, Asylrecht ist gut, dann muss man vielleicht drüber nachdenken, ob das für die Akzeptanz des Asylrechts gut ist und wenn, es geht ja dann um die Leute, die eigentlich ausreisepflichtig sind, wie kriege ich die dann tatsächlich zur Ausreise, also wie, das ist ja immer so diese Abschiebeoffensive und wenn die Leute aber ihren Pass weggeworfen haben und der Heimatland sie nicht haben will und andere Drittstaaten auch nicht bereit sind, sie aufzunehmen, dann bleiben sie halt da und dann ist es einfach strunzdumm zu sagen, ich mache eine Abschiebeinitiative, wenn ich genau weiß, dass die Leute am Ende auch da bleiben, ja, also so, das ist mein Punkt. Ich finde es. Es geht ja darum, dass der Diskurs übernommen wird, dass man sozusagen mit denselben Mitteln arbeitet, also diese Frage, machen wir die Außengrenzen, die Asylverfahren bei den Außengrenzen und es wird diskutiert, das England- Verfahren, die Briten, also mit Ruanda oder sowas, das ist doch eine Übernahme eines Diskurses, der dem, was wir eigentlich wollen, völlig widerspricht aus meiner Sicht und da würde ich mir von den demokratischen Parteien eine andere Position wünschen, dass sie sich entgegensetzen und nicht nachher. Ganz kurze Antwort und dann Bijan. Also Ruanda-Verfahren ist sowas von bescheuert, aber auch wieder auf der Ebene, ich meine, das wird auch in Großbritannien nicht funktionieren, selbst wenn, also da jetzt der oberste Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mitmachen, also so, da geht es um, die haben Verträge geschlossen, ein paar hundert Leute nach Ruanda zu bringen, die dann aber ja auch dort bleiben sollen, es geht nicht darum, das Asylverfahren in Ruanda durchzuführen. Das Thema ist Diskursübernahme. Ja, aber so, es ist einfach sowas von bescheuert, also so, dass es schon mal deswegen überhaupt nicht ernst zu nehmen ist und die Frage, ob ich jetzt einen Diskurs, also so, wenn immer gesagt wird, illegale Migration, also das ist ein Begriff, an dem ich mich zum Beispiel störe, weil natürlich jeder, der irgendwie hier ohne Visum ins Land kommt, illegal ist. Also so, du hast eben kein Visum typischerweise und dass das immer mit dem sozusagen Stigma der Illegalität versehen wird, das ist eine Diskursübernahme, die nicht sein müsste, aber dass man darüber diskutiert, also so, ob man das Asylverfahren, also weiterhin aufrechter hält und wie man Akzeptanz dafür schafft, dass Leute hierbleiben und andere nicht hierbleiben, also so, das finde ich erstmal eine legitime Diskussion und die halte ich auch nicht für eine Diskursübernahme, da muss man ja auch in der Linken immer mal wieder diskutieren und sagen, also so seid ihr jetzt einfach per se gegen alles, nur weil, also so, die Bevölkerung ist ja jetzt nicht nur von der AfD verhetzt, sondern, also so, das ist ja auch, dass die AfD da einfach Stimmung in der Bevölkerung aufnimmt, also so, es ist ja... Das Volk ist verhetzt. Ja, also so, sie wollen jetzt darauf raus, dass nur deutsche Staatsbürger verhetzt sind, nein, also auch unter den Migranten ist es durchaus also so, dass sie sagen, ja, wir sind die guten Migranten und da müssen nicht immer noch mehr kommen, also das ist alles sehr vielschichtig. Bijan. Das nimmt eine Stimmung im Volk auch, aber ich habe mir gedacht, wo ist das Volk verhetzt? Das war eine witzige Bemerkung. Entschuldigung. Bijan. Also ich kann dem Fragensteller nur beipflichten, also mein Eindruck, ich habe das ja vorhin auch schon gesagt, also ich finde das auch katastrophal politisch, jetzt im Ergebnis den Diskurs von rechts zu übernehmen, also in dem Sinne, dass ich die Position der AfD falsch finde, aber auch eben als strategisches Mittel, weil es die Partei nachweislich nicht klein macht, also da gibt es inzwischen einige politische, politikwissenschaftliche Untersuchungen zu, die darauf hindeuten, dass es maximal der Partei, also der rechtsextremen Partei nicht schadet, wenn man ihre Position immer weiter normalisiert, aber jedenfalls sie oder sogar sie stärkt. Und das heißt, es ist strategisch kein richtiges Mittel und ich finde das natürlich auch ein Ergebnis, schlecht und falsch, wenn diese Positionen immer normaler werden. Und ich wollte noch, also um eine Dimension ergänzen, dass ja gerade auch solche Ansagen, die von Scholz ja auch nicht nur rhetorisch wirken, sondern auch tatsächlich, weil das, was Christian geschildert hat, dass man nämlich bestimmte Menschen, die vielleicht abschiebewürdig sind, in Anführungsstrichen, dass die nicht abgeschoben werden können, aber trotzdem die Ansage ist, wir müssen jetzt abschieben, führt eben typischerweise dazu, dass man immer wieder Fälle hat wie die, die jetzt in den letzten Monaten gerade wieder durch die Medien gehen, von sehr gut integrierten Menschen, die sichere Arbeitsplätze haben, die gut Deutsch können, die aber genau deshalb auch leicht greifbar sind und auch dann einen rechtlich unsicheren Status haben, dass gerade die abgeschoben werden. Und das ist so, also das finde ich dann ein doppelt dramatisches Ergebnis, dass wir quasi gerade die Menschen, auch die hier hinarbeiten und die gehen nun wirklich, bei denen jeder sagen würde, die brauchen wir, dass gerade die abgeschoben werden, ist eben auch Ergebnis von solcher Rhetorik. Viel Zustimmung, bitteschön, der Herr da hinten. Ich bin mal interessiert, wenn es so eine gefallte Kompetenz im juristischen Bereich ist, gibt es denn irgendwas, was Sie sagen würden, was die jüngere Prudenz momentan tun könnte, in sowas wie wir es in vielen Staaten erleben. Das ist ja nicht nur Orban in Burgern, Ungarn oder in der Türkei, Erdogan oder sowas. Jemand, der richtig offiziell demokratisch gewählt wurde, dann dafür sorgt, dass das gleiche was sein muss, dass die eigene Herrschaftsklicke möglichst gar nicht mehr abtreten muss. Was kann hier oder könnte hier in Deutschland über juristischen Weg geregelt werden, dass das so nicht einfällt? Weil auch 30 Prozent, die nur 30 Prozent der Wahlberechtigten werden, würden in Thüringen, wenn sie dann herrschen, die Mehrheit sozusagen möglicherweise repressiv einschränken, die Möglichkeit, bis dann irgendwann Verwassungsgericht dazu vielleicht Nein sagen würde. Also deswegen, vielleicht gibt es irgendwas, was Sie in den Kopf haben, was da gilt oder was man sagen könnte. Bijan, ich würde es gerne an dich geben, mit Blick auf den Verein, für den du arbeitest. Ich habe leider die Frage nicht verstanden. War es zu weit hinten im Baum oder ich weiß nicht, also es kam bei mir einfach nicht an. Da eben so eine geballte juristische Kompetenz auf dem Podium ist, was kann die Jurisprudenz, sehr schönes Wort, tun, um solche Szenarien wie in Ungarn oder der Türkei zu verhindern, wo eben jemand überaus demokratisch an die Macht kommt und dann eben den Staat ich gebe es richtig, wieder eben so umbastelt, dass seine Clique gar nicht mehr abtreten muss. Ja, also da gibt es eine formale Antwort, die ist der Staat, die Jurisprudenz, also die Gerichte kann sehr viel tun und es gibt eine faktische Antwort, denn das kann sehr schnell an Grenzen stoßen. Also formal kann natürlich, hat ja Christian auch schon vorhin gesagt, jedes verfassungswidrige Handeln des Staates kann vor Gericht gebracht werden und am Ende steht dann, wenn es eben verfassungswidrig ist, sein Urteil, das dann lautet, dieses Gesetz ist verfassungswidrig oder sogar nichtig, dann darf es sofort nicht mehr angewendet werden. Diese oder jene Abschiebung ist verfassungswidrig und eben auch nur einfach rechtswidrig und darf deshalb nicht durchgeführt werden. Praktisch gibt es aber dann erst mal einen jahrelangen Rechtsstreit darum, dann gibt es am Ende vielleicht eben zum Beispiel ein Urteil, ja diese Abschiebung war rechtswidrig, aber der Mensch ist schon längst nicht mehr in Deutschland und hat auch keine Möglichkeit, wieder zurückzukehren und noch schlimmer, wenn man noch weiterdenkt, irgendwann setzt die Regierung vielleicht diese Urteile auch schlicht nicht mehr um. Und dann gibt es zwar verschiedene Eskalationsstufen, also wenn zum Beispiel diese Renitenz gegen Gerichtsentscheidungen nur auf Landesebene ist, dann gibt es Möglichkeiten des Bundeszwangs, wie dann zum Beispiel die Bundesregierung, die könnte dann Beauftragte einsetzen, die dann die Landesregierung auf Tracht bringen sollen. In Ekprin-Fällen kann man sogar auch nochmal, gestützt auf einen anderen Artikel im Grundgesetz, die Bundespolizei schicken und die bringt dann Ordnung ins Land. Aber das sind natürlich Eskalationsszenarien, die voraussetzen, dass dann auch auf Bundesebene wiederum so viel Wille und Bereitschaft ist, so zu eskalieren, dass denen noch Einheit geboten wird. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass natürlich parallel zu so einer Entwicklung, wenn es denn hier wirklich so extrem wird, ja auch unterschwellig ist dahin mutmaßlich große Teile der Bevölkerung längst auf Seiten der autokratischen grundgesetzfeindlichen Gesetze sind. Also das Szenario, in dem in einzelnen Bundesländern wirklich radikal gegen die Verfassung verstoßen wird und nicht gleichzeitig auch ein erheblicher Teil der Bevölkerung hinter diesen Handlungen steht, halte ich für unwahrscheinlich, weil es politisch unklug wäre. Also ich glaube, dass Faschisten, unterstellt in der AfD, dominieren sie, sich wirklich dann erst hinreißen lassen zu den extremsten Maßnahmen, wenn sie sich sicher sind, dass ihnen politisch keine Einheit mehr geboten werden kann, egal ob irgendein Urteil, irgendwas, in einem Gericht irgendwas entscheidet oder nicht. Also sprich, formal gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber faktisch haben die nur eine, also die werden nur begrenzt lange wirken und funktionieren. Also die europäische Ebene gibt es ja auch noch. Also wenn man jetzt zum Beispiel anguckt, wie mit Polen und Ungarn umgegangen worden ist, also da hat man irgendwann festgestellt, dass die Mechanismen nicht ausreichen. Also Polen wurde angedroht, das Stimmrecht zu entziehen, also sie praktisch aus der polischen Willensbildung auszuschließen. Aber das hätte vorausgesetzt, dass alle anderen der Meinung sind, dass Polen nicht mehr mitmachen kann, solange Ungarn da Polen gedeckt hat, war das ausgeschlossen. Und da gibt es seit drei Jahren eine Möglichkeit, Finanzsanktionen zu verhängen. Also das war ein Meisterstück, das gegen Polen und Ungarn durchzusetzen. Und das Instrumentarium ist auch vom EuGH geprüft worden. Also das ist jetzt anwendbar und hat ja möglicherweise auch ein bisschen zu diesem Machtwechsel in Polen mit dazu beigetragen, weil da halt einfach zig Milliarden blockiert waren mit dem Argument, also ihr habt eure Justiz so umgebaut, dass die kein richtiges Kontrollinstrumentarium mehr für eure Politik ist. Und deswegen dann also so auch natürlich immer mit dem grenzüberschreitenden Argument, dass dann europäische Gelder dort auch nicht richtig ausgegeben werden, nicht richtig kontrolliert werden. Und dieses Instrumentarium wird im Moment auch gegen Ungarn benutzt. Kann natürlich von Ungarn umgekehrt wieder benutzt werden, zu sagen, also wir stimmen dann Sanktionen gegen die Ukraine nur zu, wenn ihr uns da das blockierte Geld gebt. Das ist natürlich alles wieder kompliziert und geht in jede Richtung. Aber auf dieser finanziellen Ebene der Einbindung in die Europäische Union gibt es auch für Staaten, die schon relativ weit abgetrifftet sind, solange sie Teil der Europäischen Union bleiben wollen und sich nicht gleich Russland anschließen. Aber so lukrativ scheint es noch nicht zu sein. Gibt es jedenfalls weiterhin Einflussmöglichkeiten und das wäre jetzt also so ein Argument zu sagen, also das ist ja geschaffen worden. Also das haben kluge Leute sich überlegt. Wie komme ich an Staaten, die schon ziemlich weit abgetrifftet sind, noch ran über Geld? Darf ich dir vielleicht ganz kurz zwei Dinge entgegenhalten? Ungarn und Polen sind ja Netto-Profiteure der EU und Deutschland ist, soweit ich weiß, Netto-Zahler. Das ist das eine. Und das andere, ich glaube, die EU ohne Deutschland ist schlicht nicht vorstellbar. Und die AfD hat ja auch deutlich gemacht, wenn die Europäische Union, so wie sie jetzt besteht, sich nicht radikal ändert, würde sie die Union verlassen. Also ich glaube nicht so richtig, dass die EU wirklich genügend Druckmittel gegen eine von der AfD, gegen ein von der AfD-Regier des Deutschland hätte. Wenn es theoretisch klappen könnte, also rein praktisch, politisch, kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen. Weitere Fragen, bitteschön. Ich sage mal, ich habe gar keine Fragen, sondern ich will mal von der großen EU-Ebene wieder zurück, aufs kleinste Glied kommen, nämlich das ist eines der einzelnen kleinen Gründe noch. Wir gucken oft nach Thüringen, wenn wir AfD sagen, aber wir dürfen auch durch nach Hessen gucken, auch da wachsen die AfD-Zahlen. Und tatsächlich ist es wie in Italien und Polen der eigene Mensch, der diese Parteien stark macht. Und mich hat immer gewundert, was macht den Wähler so sicher, dass er bei der AfD zu Hause ist. Und mein Gefühl, also meine Beobachtung ist, dass es die Ohnmacht ist. Wir haben tatsächlich in Thüringen und Sachsen tatsächlich ein Ohnmachtsgefühl gegenüber dem Regierenden gehabt. Und das sind kleine Königsmacher. Sie fühlen sich heute mächtig, dass sie jemandem Kraft geben können, plötzlich im Regierungsgeschäft sich einzumischen. Und ich glaube, wir verlieren oft in dieser Diskussion eigentlich den nächsten Menschen, der sich dazu berufen fühlt, eine radikale Partei in Regierungspositionen zu bringen. Was können wir tun, dass all die Menschen, die die AfD wählen, eigentlich wieder, sage ich mal, auf den Boden auch demokratischer Werte kommen? Jetzt sind die Juristen mal gefragt. Wir schreiben das einfach vor. Wir machen einfach eine Verordnung, fertig. Christian, hast du die Frage gehört? Ja, aber wenn ich die Antwort darauf hätte, dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr hier, sondern würde an der Umsetzung arbeiten. Also das ist ja wirklich die Königsfrage. Also ich glaube, die Analyse ist richtig. Und das ist bestimmt ein gehöriger Teil der Motivation, jedenfalls für Teile der Gesellschaft ab, die zu wählen. Also das Gefühl, dass sie dadurch wieder oder erstmals Einfluss und Macht bekommen. Aber wie man sie davon überzeugen kann, dass vielleicht schon die Problemanalyse, die sie dem vorgeschaltet haben, also dass nämlich diese Partei ihre Interessen erfüllen wird oder ihren Interessen dienen wird, dass sie vielleicht schon falsch ist und dass jedenfalls auch auf einem anderen Extrem sie möglicherweise eben so extremistisch ist, dass sie einfach auch nicht gewählt werden sollte. Ja, wie man Menschen davon überzeugen kann, das weiß ich schlicht nicht. Also ich würde es gerne wissen und ich würde gerne verstehen, wie es so weit gekommen ist. Aber ich habe kein Patentrezept dafür. Und ich bin auch skeptisch bei jedem, der das hat. Also so wie wenn Sigmar Gabriel sagt, ja, man muss da hin und mit den Leuten reden und so weiter. Ja, ja, also es wurden jetzt zehn Jahre lang wurden alle möglichen Strategien versucht und alles ist gescheitert, wenn man sich die Prozentzahlen anguckt. Und man muss vielleicht auch ein Stück weit einfach den größeren Kontext sehen, also Ukraine-Krieg und die Corona-Zeit. Aber da sind so viele globale Faktoren reingekommen oder haben Einfluss genommen auf diese Wahlentscheidungen, die wir auch einfach nur zu einem sehr kleinen Teil, glaube ich, noch einfangen können in ihrer Wirkung. Und ich habe so ein bisschen die leise Hoffnung, dass vielleicht auch die Zeit so gewisse Dinge wieder heilen kann. Aber dafür müssen wir diese Zeit eben auch bekommen. Also dass sich die Verhältnisse wieder entspannen und normalisieren und Menschen sehen, wie gut wir eigentlich hier in diesem Land und heute leben. Also das finde ich immer so absurd, dass der Untergang herbeigeschrieben und gerufen wird, während die Generation, die jetzt heute in Deutschland lebt, so gut, so wohlhabend und sicher lebt, immer noch trotz Ukraine-Krieg und ich weiß nicht was, die so gut wie kein Mensch in Deutschland in den letzten 2000 Jahren sind wir zu vertreiben und erst recht wie ganz, ganz wenige Menschen nur anderswo auf der Welt. Und diese Erkenntnis wieder durchzusetzen, das wäre richtig, aber ich weiß nicht, wie wir das schaffen. Es gibt viele weitere Fragen. Die Dame da hinten hat sich jemand gemeldet. Stichwort Selbstwirksamkeit. Also ich würde da auch gerne angüpfen, was ich sage, der einzelne Mensch, man hat ja doch auch die Erfahrung gemacht, dass Kommunen, die da sehr entwickelt sind, ihre Bürgerinnen und Bürger mitsprechen zu lassen, wesentlich resilienter gegenüber AfD-Leder-Bilderschaft sind. Da gibt es doch bestimmt viele, also in dieser Richtung müsste man doch weiterdenken. Selbstwirksamkeit als Löwen. Es fängt natürlich dann damit an, also so dann vertreten die Menschen an irgendwelche Positionen, die andere als rassistische bezeichnen. Und dann sagt man, deine Selbstwirksamkeit, die wollen wir jetzt nicht. Oder die Haltung gegenüber Volksentscheiden. Ich meine, die Grünen waren auch mal große Befürworter von plebiszitärer Demokratie. Das ist ja auch ein bisschen abgeflaut, seit die Bevölkerung oder das Volk nicht mehr zwingend... Ja, aber da haben sie es doch auch. Dann gibt es den Sachverständigenbürger, der im Gemeinderat so... Ja, aber sobald die Leute da irgendwie Sachen sagen, die wieder anstößig sind, weshalb wir sie ja eigentlich abholen wollen, also sie wollen dann ja auch möglicherweise wieder nur die aus dem evangelischen Kirchenkreis haben. Das ist bei den Bürgerräten doch auch nicht so. Da werden auch Leute zusammen nachdenken. Also soll man die Leute zusammenbringen? Ist die Lösung möglicherweise, die Leute zusammenzubringen, die verschiedenen Positionen dann auch bewusst, weil man eben sich darüber im Klaren ist, dass das genau der Grund ist, warum man hier zusammensitzt, weil die Positionen auseinander gehen, dass man dann eben auch... Muss man dann in der Lage sein, eben dann auch einen rassistischen Vorschlag vielleicht nicht sofort umzusetzen, aber eben zu hören und dem Ganzen dann Legitimität zu verschaffen und auf wessen Kosten? Bijan? Ja, also für mich, ich finde nicht, dass jede Meinung gleichberechtigt gehört werden muss. Also jede kann ausgesprochen werden und das heißt ja auch Meinungsäußerungsfreiheit, aber es ist eben nicht die Freiheit oder das Recht darauf, jedem gehört zu werden und das völlig legitim, dass bestimmte Positionen die gleiche Lautstärke erhalten wie andere und zu diesen bestimmten Positionen gehören für mich auch extremistische in beide Richtungen. Bei uns dominiert aus meiner Sicht eine rechtsextremistische Position, jedenfalls im öffentlichen Diskurs, linksextremistische, also die, ja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie man, was jetzt genau eine linksextremistische Position wäre, jenseits von keinem Eigentum, wir zerstören alle Großunternehmen oder ich weiß nicht mehr, also ich höre sowas einfach sehr. Nazis töten. Ja, aber Rechtsextremist. Ja, Nazis töten, das ist ja auch so, also diese typische ambivalente Aussage, also Nazis als Subjekt oder Nazis als Objekt, aber egal, das ist ja so eine Rechtsdiskussion, also wie interpretiert man diese Aussage? Also zurück zu der Intervention, also Selbstwirksamkeit und auf den Kommunen, also es gibt ja auch da, ich bin, wie gesagt, kein Rechtsextremismus-Forscher, aber ja wohl Evidenz, dass gerade rechtsextremistische Parteien auch tatsächlich gezielt auf den Kommunen, in kommunaler Ebene, auf der kommunalen Ebene anfangen, also die LPD war ja auch sehr stark darin, dann so Jugendlager zu organisieren und überhaupt lauter Dienstleistungen anzubieten, also Volksfest oder so, in Regionen, in denen sowas vom Staat nicht mehr organisiert wurde und umgekehrt könnte man natürlich und müsste man genau dieselbe Strategie fahren, um diese Menschen wieder zurückzuholen, indem andere Parteien sich vielleicht auch nicht nur mit hoher Politik beschäftigen und der Erderwärmung und dem Ukraine-Krieg und Israel-Palästina, sondern vielleicht auch wirklich nitty-gritty Kommunalpolitik machen und auch dort starke Leute hinschicken und das unterstützen und die Leute dort auch schützen. Vor zwei Tagen oder so kam ja die Nachricht, dass Menschen, die Wahlplakate aufgehängt haben von der Grünen und von der Linken, von mutmaßlich rechtsextrem fällig angegriffen wurden. Also dass auch überhaupt diesen Raum zu erhalten für nicht-extremistische Positionen und Menschen also das ist wahrscheinlich wirklich langfristig der tiefersprechendste Ansatz, aber eben auch der mühsamste, also mühsamer als nach dem Parteivarbot zu rufen. Schaffen wir denn noch ein, zwei Fragen? Gut, eine Frage. Eine Frage noch. Der Herr hat sich zuerst gemeldet in der vorherigen Runde schon, deswegen würde ich Sie jetzt noch annehmen. Ja. Eine ganz feine Frage. Der Artikel 21 spricht ja auch von den Zielen der Partei, die verfassungsfeindlich sein müssen. Und wenn ich Ziele sage, meine ich dann formal das Parteiprogramm der AfD. Und ist das denn in dem Sinne verfassungswidrig? Also man geht davon aus, dass das Parteiprogramm nicht verfassungswidrig ist, weil sie da natürlich auch wissen, dass sie da sich absichern. Also da gibt es ja auch Jura-Professoren, die dann da beratende Tätigkeiten leisten. Und die Frage ist dann immer, ob es heimliche Ziele gibt, die sich dann entweder puzzelartig aus Äußerungen von Politikern, die dann zugerechnet werden, zur Partei ergeben. Oder aus Äußerungen, die noch weniger öffentlich sind. Also so dann aus Chatgruppen und so weiter. Also Bishan hat es ja auch schon geschildert. Die Zurechnung zu der Partei wird umso schwieriger, je mehr sie sich nach außen diesen bewusst legalen, grundgesetzkonformen Anstrich gibt. Bishan, noch eine Ergänzung oder ein Wort zum Schluss? Ja, also Christian hat das gerade auch gut auf den Punkt gebracht. Also es geht um die wirklichen Ziele, nicht um die Ziele, die irgendwo drinstehen. Und es ist extrem schwierig, einer Partei diese wirklichen Ziele nachzuweisen, wenn die sich nicht decken mit dem, was sie öffentlich sagt. Und man kann das versuchen, aber das ist schwierig. Und jetzt im Abschluss, ich habe ja schon jetzt viel geredet heute. Ich bin nicht unglücklich, wenn wir jetzt aufhören, weil ich großen Hunger habe, nur so einen abgeklammerten Soko-Haren mehr habe. Das muss man weiter durch den Arm bringt. Es tut mir total leid, dass ich nicht persönlich da war. Es hätte mir, glaube ich, noch größeren Spaß gemacht. Aber ja, vielen Dank für die Einladung und für das, jetzt auch die letzten 30 Minuten mit dem Gespräch in dem Publikum. Ja, das so. Ich lese mich an. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt möchte ich natürlich auch extra schnell schlussmachender Bijan seine Schokolade essen kann. Es war wirklich eine große Freude. Ich fand es sehr schön, auch sehr erfrischend, einfach diesen sehr, sehr informierten und ja, einfach educated Unterhaltung zu haben miteinander. Nehmen Sie sich gerne noch eine Freitag-Ausgabe da hinten mit. Und ansonsten haben Sie einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Und man kann es versuchen, aber es ist schwierig, hatte Bijan vorhin gesagt. Ich glaube, das ist vielleicht ein schöner Satz zum Schluss. Wir versuchen es weiter und genau, haben Sie einen schönen Abend. Kommen Sie gut heim. Applaus Vielen Dank.